Amman-Orden, Ariosophen, Thule-Gesellschaft, der völkische Okkultismus ist breit gefächert und birgt so manches Geheimnis. Und wenn es um Geheimnisse und Okkultismus geht, wer ist da der beste Ansprechpartner? Natürlich Alexander Stier. Hallo Alexander, ich grüße dich. Hi, grüß dich, freut mich. Ja, da haben wir uns heute mal ein schönes Thema, umfangreiches Thema ausgesucht, es geht um Orden, Logen, wie sie sich hier auch selber bezeichnet haben und ich denke mal über jedes einzelne Thema oder jede Facette könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drehen, aber wir wollen heute mal so einen Überblick verschaffen und da vielleicht das Interesse wecken. Ja, gut, ich würde sagen, womit fangen wir an? Guido von Liszt und den Ammanen. Ich habe so kleine Kärtchen vorbereitet, da könnt ihr euch den entsprechenden Protagonisten mal ansehen und ein paar Einzelheiten erfahren. Wir haben hier Guido Karl Anton Paul von Liszt, geboren 5. Oktober 1848 in Wien und gestorben am 19. Mai 1919 in Berlin. Ja, der Verband Völkische Ansichten mit Okkultismus und Theosophie, der gründete die Armahnschaft, was so viel wie Erben des Sonnenkönigs bedeutet. Ja, was fällt dir dazu ein, Alexander? Oder was hast du für Informationen über von Liszt und die Ammanen? Also Guido von Liszt ist ja in einem Deutschland groß geworden, wo das Germanentum erst wiederentdeckt wurde. Und Guido von Liszt ist eigentlich so eine der Wiedergründungsväter dieser neuheidnischen Bewegungen, die dann entstanden sind auch. Es gab sicherlich vorher hier und da schon irgendwelche heidnischen Gruppierungen und Interessengemeinschaften, aber Guido von Liszt hat maßgeblich ein neues Fundament gelegt, um eben dieses Germanentum wieder lebendig zu machen. Und er hat vor allen Dingen auch einen ersten esoterisch-okkulten Schlüssel zu den Runen geliefert, der vorher ja nur auf wissenschaftlicher Basis und auf irgendwelchen Funden und Interpretationen und so weiter vorhanden war. Und er hat da sozusagen dieses, ist er der Vorreiter dieser esoterischen Lehren der Runenkunde und so weiter, so wie wir sie auch heute überall zahlreich immer wieder finden. Die haben alle von dem Guido abgeschrieben bzw. sich inspirieren lassen und er ist so ein Gründungsvater, würde ich sagen. Er hat ja einen eigenen Fuh-Tag. Also Fuh-Tag ist ja das Runenalphabet. Es gibt ja den 16er Fuh-Tag, den 18er, den 24er Fuh-Tag. Also der 24er Fuh-Tag entspricht dann quasi jeder Buchstabe unseres heutigen Alphabets, hat dann eben eine entsprechende Rune. Und ich meine, der Arman-Fuh-Tag war, glaube ich, der 18er Fuh-Tag. Genau. Das jüngere Fuh-Tag hat ja 16 Runen und bei ihm wurden es dann 18 Runen. Und warum er diese Runen so, wie er sie dann hinterher auch in seinen Büchern publiziert hat, warum er die dann so wiedergibt, liegt wohl an einem Erlebnis, was er gehabt hat, wo ihm kurzzeitig das Augenlicht genommen wurde. Und er in dieser Zeit der Finsternis hat er dann, wie er später sagte, die Runen neu erkannt. Ja, und er hatte ja mit der Theosophie hat er sich ja auch befasst. Also Theosophie war ja Blavatsky. Das war ja auch eine Form von Okkultismus, kann man sagen. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, Erdena Blavatsky? Ja, also Blavatsky, die Theosophie ist ja weitaus älter als die theosophische Gesellschaft, die ja auch so ihre Blütezeit so in dieser Zeit hatte von Guido von List. Und das heißt, da wurden auch viele östliche Lehren mit nach Deutschland gebracht. Und es gab dann dort eben auch die ersten Zentren, die sich dann eben mit östlicher Philosophie und Okkultismus und so weiter auseinandergesetzt haben, wie eben diesem tibetischen, tantrischen Buddhismus und so weiter. Aber Guido von List hat das alles relativ wenig interessiert. Der war eher an dem Erbe der deutschen beziehungsweise der germanischen Stämme interessiert und hat sich deswegen wahrscheinlich inspirieren lassen von der Art und Weise der Arbeit von der Theosophischen Gesellschaft. Aber man sieht deutlich, dass er seine eigenen Überlegungen gemacht hat und dass dort eigentlich keine wirklichen theosophischen Ideen mit übernommen worden sind. Was ich auch sehr positiv finde, weil ich vieles sehr stark kritisiere, was in der Theosophie publiziert und vermittelt wird. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, also meinst du, weil das so eine Art Synkretismus ist, dass sie sich aus allen Kulturen, Religionen was zusammengesucht haben? Ja, zum Beispiel, was ich gar nicht schlimm finde, wenn es nicht zu weit weg ist von dem Geist, den wir halt haben, mit dem wir sozusagen konfrontiert sind durch unser kulturelles Erbe. Das heißt also, alles, was sich mit Europa befasst und beschäftigt, heidnische Kultur in Europa, finde ich durchaus fruchtbar. Ob das nun die Griechen sind oder die Römer, ist völlig egal. Es passt alles wunderbar, auch zu unserer Kultur. Aber diese fernöstlichen Geschichten, die sind teilweise ja sogar überhaupt nicht, man weiß ja überhaupt nicht, woher die kommen am Ende. Da kommen wir ja vielleicht auch noch zu, zu dem Punkt mit Atlantis. Aber das ist so ein Ding, das hat sich dieser Guido von Liszt, er hat sich eben seine eigenen Gedanken gemacht. Und da tauchen auch dann schon die ersten Hinweise zu Hyperborea oder Thule und so weiter auf, die wir dann später noch wiederfinden werden bei anderen. Ja, genau, das wäre ja dann quasi schon fast das Nächste. Was ich mir noch notiert habe, die Brüder Grimm, da hatten wir ja auch noch drüber gesprochen. Und der Wilhelm, der hatte 1821, hat er ein Buch rausgegeben über deutsche Runen, heißt es. Und das stellt sogar die erste deutsche Studie zur Runenkunde dar. Also Gebrüder Grimm, klar, kennen alle die Märchen, die gesammelt wurden von den beiden Brüdern. Und die, oder beziehungsweise der Wilhelm, hat sich da tatsächlich auch mit Runen befasst. Ja, das ist klasse, auf jeden Fall. Aber das war halt noch nicht esoterisch. Ich denke auch, das war eher so diese archäologische Funde und diese streng wissenschaftlichen Dinge. Und das ist ja nun mal das, also in der Esoterik oder in der Magie ist es ja so, dass ja das ausschlaggebend ist, was du diesen Symbolen zusprichst. Also die Energie, die du daraus ziehst oder die damit auflädst. Und das kann sich natürlich auch mit, sagen wir mal, strenger Wissenschaft auch ab und an mal beißen. Ja, dann hat man den Thule-Mythos Hyperborea Atlantis. Ja, Atlantis gibt ja diese Mythen über Atlantis, so eine Hochkultur, die quasi untergegangen ist, den Zorn der Götter auf sich gezogen und dass dann diese Bewohner oder die Reste der Bewohner sich über den Globus verteilt haben und dort Hochkulturen gegründet haben. Ja, da gibt es auch eine interessante Interpretation von Rudolf Steiner, der auch der Auffassung war, dass es eben verschiedene Wurzelrassen gäbe und dass eben sich aus Atlantis, als Atlantis unterging, sich dann die Hyperborea oder Tulenser sich auf das Festland gerettet haben. Und seiner Meinung nach wären das die Arier gewesen, die dann sich mit den Völkern, die eben dort auf dem Festland gelebt haben, sich vermischt haben. Und aus dieser Mischrasse von Arian und den dort ansässigen Völkern haben sich dann die Germanen herauskristallisiert. Also die germanischen Völker. Oder Stämme, wie man es dann nennen möchte. Die Stämme, die ich dann zum Völkern verbunden habe. Das ist auch eine interessante Geschichte. Mir fällt da ein, Quetzalquotl, der gefiederte Gott, das war so eine Gottheit aus Südamerika oder Mesoamerika, glaube ich. Also Richtung Azteken, Inka. Und die hatten nämlich, dieser Gott, der wurde verehrt und der wurde dargestellt als hellhäutiger Mann mit langem Bart und blauen Augen. Und genetisch können diese eingeborenen Völker keinen Bartwuchs bekommen. Und da stellt sich auch wieder die Frage, so ein hellhäutiger Mann mit blauen Augen oder ich erinnere mich an alte babylonische Statuen. Da hat man blaues Gestein aus Afghanistan importiert, um diesem Götterstatuen blaue Augen einzusetzen. Ja, das findest du überall. Du findest auch in der indischen Kultur überall, findest du eigentlich immer diese blauäugigen Götter. Ja, also es kann natürlich sein, dass blau einfach nur eine Farbe für irgendwas Symbolisches ist. Durchaus für den Himmel. Weiß man halt eben nicht, ne? Durchaus für den Himmel, aber es schließt ja auch nicht aus, dass Menschen, die eben blaue Augen hatten, von den Völkern als Abgesandte des Himmels so angesehen worden sind. Ja. Gerade weil sie eben dieses Himmelsblau hatten oder was auch immer, ne? Ja, genau. Ich hab grüne Augen. Ich hab auch tatsächlich olivgrüne Augen. Ah, interessant. Ja, und lokalisiert Atlantis, also es gibt ja verschiedene Theorien, der Jürgen Spanuth, glaube ich, hieß er Jürgen mit Vornamen. Das war, glaube ich, so ein evangelischer Pastor, der hat da geforscht und er ging ja davon aus, dass Helgoland, glaube ich, Atlantis ist oder vor, ich meine Helgoland. Und das Interessante ist, dass es unter Wasseraufnahmen gibt vor Helgoland, wo man, ja, so Steinstrukturen, die aber menschgemacht sind, also rechtwinklig, glattpoliert, so Stufen, dass man die vor Helgoland entdeckt hat, aber man darf da nicht tauchen. Also es wird dann begründet, ja, da ist irgendwie, keine Ahnung, vom letzten Weltkrieg noch so ein paar, weiß ich nicht, Bomben, die da hochgehen könnten, also Gefahr, ja. Ja, aber wäre ja auch mal interessant, da weiter zu forschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, es gibt ja überall so Orte, wo man angeblich nicht hin darf, weil es so gefährlich ist. Ja. Genau. Gut. Ja, hast du da noch was zu? Ja, also Atlantis, da gibt es ja auch viele Geschichten, die da dran gebaut worden sind. Ja, da könnte man jetzt noch endlos drüber, also eine ganze Sendung drüber machen, deswegen würde ich sagen, lassen wir es jetzt erstmal dabei, weil es auch nicht viel wichtiger ist. Also was man halt wissen muss, ist, von dort kommen eben diese sogenannten Aria und die dann eben aufs Festland gegangen sind. Obwohl, eine Sache habe ich noch, und zwar der Tule-Mythos, Land von Mitternacht und diese Mitternachtsgeschichte, also das Land oder der Berg von Mitternacht, der wird ja Richtung Norden verortet und da gibt es eine ganz interessante Geschichte, da geht es zurück bis zum König Nebukadnezar und, also Babylonien, ja, also so um 600 vor unserer Zeitrechnung. Und da gibt es so eine Inschrift aus Babylou, und zwar lautet die, am oben der Welt steht der Mitternachtsberg, ewiglich wirkt sein Licht, das Menschenauge kann ihn nicht sehen und doch ist er da, über den Mitternachtsberg strahlt die schwarze Sonne, das Menschenauge kann sie nicht sehen und doch ist sie da, im Innern leuchtet ihr Licht, einsam sind die Tapferen und die Gerechten, doch mit ihnen ist die Gottheit. Also wir haben hier Mitternachtsberg, schwarze Sonne, da kommen wir ja auch noch zu, also man sieht so diese ganzen Verflechtungen, also quasi rund um den Globus, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Genau, da wurden Mythen übernommen und weiter ausgebaut, ne, und Ideen, ja, verwendet, um, ja, sich daran irgendwie zu bereichern und auch weiterzutragen und auch Geschichte zu schreiben, ne. Oder halt eben diese Urgeschichte aus Atlantis, ne, dass deswegen der gleiche Ursprung kommt. Ja, ja, genau. Ja, dann haben wir hier als nächstes Rudolf von Seebotendorf, hier wieder eine kleine Infokarte. Vielleicht noch der Hinweis, obwohl, hier kommen wir gleich zu, auf seinen Geburtsnamen, geboren am 9. November 1875 in Hoyerswerda, gestorben am 8. Mai 1945 vermutlich in Istanbul, so genau scheint man das nicht zu wissen. Mit der Türkei verband ihn ja einiges. Am 17. August 1918 hat er die Thule-Gesellschaft gegründet. Am 18. Januar 1919 wurde in den Räumen der Thule der Nationalsozialistische Arbeiterverein gegründet. Also da kommen wir, ja, oder unausweichlich auf die Zeit des Dritten Reiches, denn da gibt es ja so einige Verbindungen. Genau, Rudolf von Seebotendorf war ja selber Freimaurer und hat sich eben auch in vielen okkulten Kreisen so, ja, also man vermutet, dass er eben auch bei den Rosenkreuzern unterwegs war und in sämtlichen okkulten Gruppen der damaligen Zeit. Was besonders interessant ist, er hat auch ein Buch geschrieben über die Symbole oder die Symbolik der türkischen Freimaurer und ja, die Türkei war für ihn auch wohl immer ein sehr mystischer Ort, den er wohl sehr häufig besucht hat. Auch noch zu der Zeit, wo er in Deutschland gewohnt hat und dort soll er wohl auch viel ein- und ausgegangen sein in den dort ansässigen Freimaurerlogen. Was ist ja auch völlig normal, dass wenn man Freimaurer ist, dann kann man eben über, auf der Welt wird man als Bruder herzlich empfangen und kann dann eben mit allen Brüdern, egal welcher Couleur oder welcher, ja, Herkunft zusammenarbeiten. Das muss man aber wissen, dass die Freimaurerei ja ein gemeinschaftliches Ziel haben und was dieses Ziel jetzt genau ist, das muss jeder selber auch nochmal für sich recherchieren. Aber, und das ist, finde ich, interessant und auch entscheidend, die Freimaurerei hat, so wie ich sie verstehe und auch so erforscht habe, überhaupt nichts mit Nationalismus zu tun. Ja, und auch überhaupt nichts mit Antisemitismus, weil das, was damals vorherrschend war, das war ja, es gab einen vorherrschenden Antisemitismus, der lag eben darin begründet, dass man davon ausging, dass die Juden das Banksystem beherrschen und dass die Juden eben auch viele soziale Bereiche des Lebens unterwandert haben. Auch Kultur vor allem, ne? Ja, und um sich eben zu bereichern. Das waren die Anschuldigungen, die es damals gab, ne, die man denen vorgeworfen hat. Und das passt so gar nicht in das Bild, also das passt auch gar nicht in die Freimaurerei, weil die Freimaurerei an sich eben völkerübergreifend ist. Sie versucht, Religion zu tolerieren, ja, indem eben egal welcher Religion man angehört, man Freimaurer werden kann. Und wenn man sich überlegt, dass die eben dieses eher Liberale mit sich bringen, ja, und in dem Sinne auch das sozial Verändernde in Richtung Liberalität. Ja, Veredelung des Menschen, so nennen sie es ja, ne? Ja, ja, das ist halt die Frage, ob das so ist, ne? Das kann man mal so in den Raum stellen, aber da frage ich mich halt auch, ne, der Rudolf von Seebottonow, warum hat er diese Gesellschaft eben mit gegründet? So, das passt überhaupt nicht zu den Zielen der Freimaurerei. Entweder war er der Freimaurerei gar nicht so nah, was aber dagegen sprechen würde, dass er auch nach dem Krieg und während des Krieges wieder in die Türkei zurück ist und weiter dort aktiv Freimaurer war. Mhm. Ja, und eben auch noch Bücher geschrieben hat darüber. Ja, das ist der Punkt. Ja, da kann ich vielleicht erhellen. Ich habe nämlich extra gelesen von ihm, bevor Hitler kam. Das ist von Seebotendorf. Und ich hatte das schon ewig im Schrank liegen. Das hatte ich mal im Faximele Verlag gab es das als Dokumente zur Zeitgeschichte. Und da sagt er zum Beispiel, dass altes arisches Wissen bei den Rosenkreuzern und auch in der alten Freimaurerei vorhanden ist. Und er unterscheidet da ganz klar mit einem Wechsel der, sagen wir mal, freimaurerischen Inhalte. 1717, die erste Großloge wird gegründet. Und da sieht er halt eben dann, ja sagen wir mal so diese, dass sich dort die Juden quasi in der Freimaurerei oder sich der Freimaurerei bemächtigt haben, diese gekapert haben und dadurch halt eben die ursprüngliche Freimaurerei verfälscht wurde. Und er sagt zum Beispiel auch, also er sprach ja auch von germanischen Logen. Er schreibt auch in seinem Buch, was die germanischen Logen von den Freimaurerlogen unterscheidet. Ja, und jetzt ist ein paar Mal das Wort Aria aufgetaucht als quasi Widersacher zum Judentum. Und ich fand es mal ganz interessant, wie Seebotendorf Aria definiert. Kann ich mal ganz kurz vorlesen, weil da geht er nämlich dann auch drauf ein oder lässt es anklingen mit historischen Funden. Also Aria, Ur-Rune, gleich Adler, Söhne des Adlers der Sonne, nach dem Ende der Eiszeit zusammengeschmolzen aus einer langschädlichen Blonden und einer rundschädlichen Dunklen Rasse. Nach den Sternwarten von Stonehenge und Udry der Bretagne lässt sich eine hohe Kultur der Aria auf 10.000 vor Christus feststellen. Die Nordstämme besiedelten als Herrenvölker Europa, Asien und Amerika, überall dort Kulturen bildend, wo sie auf eine einheimische Bevölkerung trafen, die sie sich unterwarfen. Man kann die Wanderwege der Aria aus den Steinreihen verfolgen und unterscheidet zwei Hauptzüge. Der erste geht an den Küsten des Atlantischen Ozeans entlang, überschreitet die Straße von Gibraltar und biegt über die heutige Oase Solun nach Oberägypten ein. Hier schufen die Aria die ägyptische Kultur. Absplitterungen finden wir auf den Inseln und an den Rändern des Mittelmeers. Troja, Mykenea waren arische Siedlungen. Ein zweiter Zug von Steinkreisen geht durch Polen, überschreitet den Kaukasus und teilt sich hier nach Kleinasien und das asiatische Hochland. Sehr wahrscheinlich sind auch die ältesten Kulturen Amerikas arischen Ursprungsvergleiche. Sie botendorf Geschichte der Astrologie. Gut, das klingt jetzt natürlich, als wäre alles irgendwie daher, ja, also wie das jetzt haltbar ist oder ob das jetzt durch irgendwelche archäologischen Funde bestätigt wird. Gut, darüber kann man jetzt geteilte Meinung sein, aber nur mal um das Bild, also um das Bild mal, was ist für die Aria? Da erinnere ich mich an so eine Doku von Funk, glaube ich, mit Mo Asumang und die ist dann nach, ich glaube, in den Iran gegangen, dem Land der Aria und hat dann so ein paar Fotos aus dem Reich gezeigt und haben gesagt, ah, sehen so die Aria aus? Und ja, natürlich nicht, ne, und bla, ne. Aber zum Thema Aria kann ich vielleicht nochmal sagen, als Vorgeschmack, ich werde mit dem Dennis Krüger vom Fosite Verlag zum Thema Aria mal ein eigenes Gespräch führen. Der hat sich damit beschäftigt, auch einige Bücher veröffentlicht und das wird dann, denke ich mal, ganz interessant. Ja, das zum Thema Thulegesellschaft. Eine Person, die mit der Thulegesellschaft in Verbindung gebracht wird, obwohl sie da aber nicht hingehört, ist der hier, Graf Anton von Arco auf Vallee, geboren 5. Februar 1897 in St. Martin im Innenkreis, gestorben am 29. Juni 1945 in Salzburg. Das war derjenige, der Kurt Eisner erschossen hat und also ich habe schon öfter gehört, dass er zu den Thuleleuten gezählt wurde, was aber nicht stimmt, weil nämlich dieser Graf Anton von Arco auf Vallee, der war selbst ein Halbjude und konnte deswegen kein Mitglied der Thulegesellschaft werden. Und Siebotendorff in seinem Buch verurteilt auch das Attentat auf Eisner, weil er sagt, das ist total überflüssig gewesen. Er stellt es so dar, dass Eisner politisch quasi schon auf dem absteigenden Ast war und dass durch diese Tat quasi Eisner zum Märtyrer geworden ist und dass man das eigentlich sich hätte schenken können. Ich weiß nicht, hast du auch schon mal was von dem Attentäter? Nee, tatsächlich nicht, aber das ist halt auch so, diese geschichtlichen Personen zum Teil, ja, da habe ich mich nicht so eingängig mit beschäftigt. Mich interessieren dann immer eher die okkulten Verbindungen. Ja. Ja, genau. Ja, das ist, weil nämlich in diesem Buch geht Siebotendorff da wirklich kleinlich auch mit, H genau, mit Namen auf und ich fand zum Beispiel interessant, das habe ich mir mal rausgeschrieben, dass Siebotendorff vom Ministerrat des Landessoldatenrates wurde ermächtigt, das Freikorps Oberland aufzustellen. Also der war hier in diesen Kämpfen, Räterepublik München, war der richtig involviert und da war auch die Thule teilweise maßgeblich dran beteiligt oder einzelne Leute. Was man halt noch erwähnen sollte, ist eben, dass der Germanenorden als Vorgänger von der Thule-Gesellschaft schon die Strukturen gelegt hat, die dann in der Thule-Gesellschaft wichtig waren. Und im Germanenorden war es ja so, dass man jung, gesund und kräftig sein musste. Also man musste bestimmte körperliche, eine gewisse körperliche Fitness aufweisen, man musste einem gewissen Schönheitsideal entsprechen und... Und seinen Stammbaum nachweisen. Genau, seinen Stammbaum nachweisen. Also das war schon, es ging dann schon in diese Richtung, wo wir dann hinterher bei der SS landen, wo es dann eben um die Rückzüchtung des Arias, wo es darum ging. Und das waren dann schon im Germanenorden war das schon sozusagen, da wurde das angelegt. In der Thule-Gesellschaft wurde das dann weiter ausgeführt. Und was in der Thule-Gesellschaft auch noch sehr interessant oder sehr stark vertreten war, war eben dann dieser Kampf zwischen Judah und Thule. Also den Arian quasi, ne? Also nochmal zum Verständnis, also der Begriff Aria ist hier nicht auf irgendeinen Volksstamm an sich bezogen. Also dass die sich wirklich jetzt von diesem Volksstamm ableiten lassen, sondern das ist ja... Also Arisch, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt ja raus in Sanskrit und bedeutet so viel wie rein und edel. Also im Grunde genommen könnte man auch einen unvermischten Schwarzen ebenfalls als Aria bezeichnen, wenn man das wirklich so auf diese Wortbedeutung reduziert oder darauf bezugnet. Der Dalai Lama benutzt das Wort heute noch. Ja, es gibt also auch Schriften im Buddhismus, wo vom Aria geredet wird. Und da ist er eben auch eher ein... entspricht er einer geistigen Haltung. Ja, genau. Germanorden, du hast es angesprochen, da habe ich auch was zu. Und zwar der Gründer Theodor Fritsche am 28. Oktober 1852 in Wiesnnena, ich hoffe, ich habe das richtig rausgesucht, geboren, gestorben am 8. September 1933 in Gautsch. Germanorden und Reichshammerbund, die wurden im Mai 1912 im Haus von Theodor Fritsch offiziell gegründet. Ich habe hier mal als kleines Bildchen unten rechts, die hatten sogar ein Grundgesetz des Germanenordens. Theodor Fritsch hatte ja den Hammer rausgegeben. Das war eine Zeitschrift, die 1902 gegründet wurde. Und aus diesem Lesekreis, da hat sich dann der Hammerbund quasi rauskristallisiert. Und die haben sich halt eben auf diese Ariosophie von Guido von List, haben die sich bezogen, inhaltlich. Und du hast schon die Abspaltung oder dass die Thule-Gesellschaft daraus hervorging. Und zwar war 1913, da hatte der Germanenorden 451 Mitglieder. Die hatten auch einen Großmeister, den Hermann Pohl. Und das war tatsächlich so, die waren organisiert wie Freimaurer. Und während des Ersten Weltkrieges ruhten dann die Aktivitäten und der Orden wurde dann quasi geteilt. Da hatten sie über 1000 Mitglieder. Das war einmal der Eberhard von Brockhusen. Es gab so einen Zweig, Loyalisten hießen die. Die hat er übernommen. Und der Brockhusen, der hatte dann Seebotendorf mit ins Boot geholt. Und daraus ist dann 1918 die Thule-Gesellschaft entstanden. Ja, und Theodor Fritsch kann man auch noch vielleicht mal einwerfen. Also da haben wir wieder das Thema der Antisemiten. Also er hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben. Handbuch der Judenfrage hieß das. Also man sieht ja eine ganz klare Tendenz hin zum Antisemiten. Die haben sich ja auch frei so benannt. Das war ja bei denen ein Ehrentitel. Nur wo ich mich halt eben frage, oder wo ich heute so mein Problem mit diesem Begriff habe, Semiten, das sind ja auch die arabischen Völker. Also das ist ja eine Sprachgemeinschaft. Und darunter fallen ja nicht nur die Israeliten, also die Juden, sondern eben auch Araber. Und deswegen, ich weiß nicht, ob die sich dessen damals nicht bewusst waren. Ich glaube, das Bewusstsein ging gar nicht so weit, dass man darüber so viel sinniert hat. Dass man sich gar nicht die Gedanken darum gemacht hat, was für diese Leute das eigentliche Übel darstellte. Und das war nicht die Person oder irgendeine Rasse, sondern das war eigentlich eine Ideologie bestimmter Leute, die eben dazu geführt haben, dass andere ausgegrenzt werden, dass andere eben ungerecht behandelt werden und so weiter. Und ich glaube, das war das Bestreben dieser Menschen, eben irgendetwas auszuformulieren, was diesem Abramitentum entgegensteht, um sich dagegen zu Wehr zu setzen. Und da haben sie dann eben das Ganze ungünstigerweise eben Antisemitismus genannt. Und der war ja eigentlich relativ weit verbreitet. Also auch in Adelskreisen, auch quasi ganz Europa, in der ganzen Welt kann man sagen. Ja, du hast ja auch in der ganzen arabischen Welt war das ja verbreitet. Ja, sowieso. Ja, und da haben wir wieder diesen, das wäre ja dann antisemitischer Araber. Und das ist ja dann wieder fast nicht ganz. Genau. Ich denke, es ist einfach nur ein, ja, wurde einfach nicht intensiv drüber nachgedacht. Zumal es ist jetzt 100 Jahre her, kann man sagen. Da war ja auch sowas zum Beispiel wie Genetik und sowas. Das gab es ja damals noch gar nicht. Nee, das wurde alles ein bisschen vereinfacht, denke ich mal. Klar, man hat natürlich so aus der Pflanzenzucht, Tierzucht so diese Vererbungsgesetze natürlich gehabt. Aber alles, was so dieses Volkskundliche, das war ja eigentlich mehr oder weniger in den Kinderschuhen und auch die Wissenschaft in dem Sinne. Ja, genau. Ja, genau. Germanen Orden, Reichshammerbund. Dann hätten wir noch den Ordo Novi Templi. Lanz von Liebenfels. Blende ein. Jörg Lanz von Liebenfels. Ach, Moment. Ich wollte ja noch was zum, zum Seebotendorf sagen. Der hieß ja vorher Adam Alfred Rudolf Glauer. Also überhaupt gar kein von Seebotendorf. Und das hatte man ihm nämlich dann auch, ja, irgendwann zum Vorwurf gemacht. Also die politischen Gegner, der hätte sich da irgendwie so ein Adelstitel erschlichen. Und du hattest ja schon seine Verbindung mit der Türkei aufgezeigt. Und in seinem Buch schreibt er, dass er quasi, er wurde adoptiert und nach türkischem Adoptionsrecht ist er quasi dann zu einem von Seebotendorf geworden. Das wollte ich noch eingeworfen haben. Gut. Lanz von Liebenfels. Am 19. Juli 1874 in Österreich geboren. 22. April 1954 in Wien. Ebenfalls Österreich gestorben. Er gründete 1919 in Wien den Neu-Templer-Orden. Bezeichnete seine Ideen erst als Theozoologie oder Ariochristentum. Und ab 1915 als Ariosophie. Und unten rechts habe ich mal ein Bild eingefügt. Die hatten so eine Art Tempel, so eine Tempelkirche. Die hatten auch eine Burg später und die haben auch immer mehr Gemeinden gehabt oder sowas, wo die sich dann vernetzt werkt haben. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie heute gewisse freikirchliche Gruppen, die sich so organisieren, wo es eine Dachorganisation gibt. Was weiß ich, freie katholische Kirche, irgendwas. Und dann gibt es eben die verschiedenen Gemeinden und dann gibt es Priester und so weiter. Und ja, das ist so diese Struktur, die ich denke mal, die man da so aufbauen wollte, als eine Art Gegenmodell zu den judenchristlichen Kirchen, die es halt überall gab. Also im Sinne mit Kirchen, die sich nach dem jüdisch-christlichen Vorbild aus der Bibel orientiert haben. Und zwar so, wie es auch heute angelegt ist. Also Jesus Christus, ein Sohn aus einer jüdischen Familie. Und das hatte man aber im Neutemplerorden, hat man das nicht akzeptiert, dass das so sein könnte. Und ja, ging dann davon aus, dass eben Christus aufgrund seines edlen Wesens eigentlich ein Arier gewesen sei. Und darauf hat sich dann das arische Christentum entwickelt. Ich habe auch mal angefangen, ein Buch zu lesen aus dieser Zeit. Das heißt, glaube ich, Jesus der Arier oder irgendwie sowas. Das hatte auch wirklich so einen Titel. Ja, war ein bisschen schwierig zu lesen. Aber da ging es halt vor allen Dingen darum, dass die Bibel aus germanischer oder arischer Sicht neu interpretiert wurde. Und dass eben die Juden das Christentum für sich gekapert hätten. Um es dann für ihren Vorteil neu auszulegen. Also die Geschichten in der Bibel, beziehungsweise auch im Neuen Testament, sah man eigentlich als Geschichten an, die hauptsächlich in Deutschland stattgefunden haben. Das ist halt das Abgefahrene. Und wenn man da jetzt mal, um ein Beispiel zu bringen, der Golgotha zum Beispiel, das ist ja dieser Berg, auf dem Jesus Christus gekreuzigt worden ist, nicht unweit von der Höhle, in der er beerdigt wurde. Und in Goslar gibt es den sogenannten Klusfelsen. Und auf diesem Berg von den Klusfelsen wurde halt eine Kirche gebaut. Und da stehen heute nur noch so ein paar Ruinen. Und weiter unten steht dann der Klusfelsen, wo mal ein Mönch drin gelebt hat, wo auch so ein kleiner Marienaltar ist und so weiter. Und das sieht so ein bisschen aus wie diese Bilder, die man so im Kopf hat, wenn man sich vorstellt, wie das aussah, dieses Grab von Jesus. Das ist ja so ein kleiner Höhleneingang und so weiter. Und nur, dass da halt dieser große, mühlenradartige Stein nicht dort ist. Und da hatte dann eben Lanz von Liebenfels unter anderem die Vorstellung, dass Jesus dort eben begraben wurde und auch dort wieder auferstanden sei. Also man sieht schon, auch zum Beispiel Bethlehem war Bentheim und so weiter. Also man hat quasi das Ganze so umgedichtet und dann eben behauptet oder gesagt, dass eben die Juden das alles kopiert hätten und geklaut hätten und das dann so an ihre Sachen angepasst haben. Ja, man muss aber auch sagen, Lanz von Liebenfels, der hat ja zum Beispiel auch ein Dritten Reich Redeverbot, weil das war selbst, sag ich mal, der NS-Führung zu abgedreht, was der so von sich gegeben hat. Er hat so eine Schrift rausgebracht vom Götter, nee, von Sodoms Äfflingen und dem Götter-Elektron. Ich habe da mal reingelesen. Waren wir dann ein bisschen abgefahren. Ich meine, man kann sich natürlich mit sowas mal befassen, aber was man da jetzt selber dafür Schlüsse rauszieht, bleibt natürlich jedem selber überlassen. Aber ich muss sagen, mir war das auch schon ein bisschen abgedreht, was da teilweise kam. Ja, es ist halt sehr esoterisch auch zum Teil und eben auch durchaus okkult im Sinne von geheimes Wissen, was hier vermittelt wird. Was ich gar nicht so abwegig finde, ist mit dem Götter-Elektron, weil ich das eben auch aus anderen Schriften der Magie kenne, dass eben der Körper entweder elektrisch aufgeladen werden kann oder eben magnetisch. Und für Sexualmagie würde man eben eine Art Magnetismus wollen und das wäre dann sozusagen, könnte man das unterstützen durch die Aufnahme tierischer Lebensmittel. Also als Anziehungspunkt quasi. Genau, wenn man aber aussenden will, ja, und wenn man, aber dieser Magnetismus würde auch immer ein immer mehr zum Tier werden bedeuten. Das heißt also, du nimmst tierische Substanzen auf und wirst aber auch immer triebhafter und immer tierlicher. Weil du die Schwingungen von denen aufnimmst quasi. Genau, weil du auch die Schwingungen aufnimmst und laut dieser Götter-Elektron-Lehre wirst du durch pflanzliche Nahrung. Und das ist ja auch später interessant, weil ja auch viele Leute aus der SS Vegetarier geworden sind, weil Hitler ja auch Vegetarier war und so weiter. Das war nicht einfach nur eine Modeerscheinung oder ein Witz oder eine Idee oder irgendwas. Nee, das lag tatsächlich an gewissen esoterischen Lehren, die wohl auch innerhalb der SS oder auch Thule-Gesellschaft, das weiß ich nicht, eben dort kursierten. Und das ist eben auch so ein Ding, wo eben auch Lanz von Liebenfeld schon drauf eingeht, dass eben auch behauptet wird, die Arier hätten sich eben rein pflanzlich ernährt. Also sie wären sogar Veganer gewesen. Und das hätte sie erst wirklich zu Göttern gemacht, weil sie sich von dem Tierleib befreit haben. Also sie haben quasi den Tierleib abgelegt von den wilden Völkern und konnten sich dann durch eben dieses Götter-Elektron, durch diesen elektrischen Körper höher entwickeln. Wahrscheinlich auch die Aktivierung des dritten Auges, also der Zwirbeldrüse. Genau, also diese Sachen. Naja, das muss ich ja selber wissen, das sind halt Angebote, da kann man sich mal mit auseinandersetzen. Aber das ist eben so eine Lehre, die auch bei den Rosenkreuzern zum Beispiel und auch vielen anderen Gruppen der damaligen Zeit, die so okkult waren, da kursierte das eben. Und ich denke mal, dass der Lanz das irgendwo aufgegriffen hat und das mit in seine Lehren mit eingewebt hat. Ja, hat er in irgendeiner Kirche, hat er ja dieses Relief gesehen, wo dieser Schwert, so ein Ritter, der hatte so irgendein Fabelwesen besiegt und hatte so den Kopf, den Fuß auf seinem Kopf stehen. Und da hat er ja so diese Erleuchtung bekommen, so von diesen Sodoms Äfflingen, also quasi so eine Mischrasse aus Menschen und Kieren, die dann quasi von edlen Krieger dort besiegt wurden. Ja genau, das ist eben auch so, das ist ja genau dieses Prinzip, das Tierische sollte man loswerden, davon sollte man sich sozusagen befreien. Indem man erstmal sich nicht mit den sogenannten Tiermenschenrassen vermehrt, damals war es ja so, dass eben Negruide-Rassen, also Schwarze, dass die eben als Äfflinge bezeichnet worden sind. Und eben auch andere Völker, wie die Juden oder auch arabische Völker und so weiter, dass die eben auch eher so als Minderrassige gesehen worden sind und eher dem Tier nah. Und um sich von diesem Tiernahen zu distanzieren, wollte man rein werden. Und man kennt eben aus der indischen Lehre diese Reinigung durch Vegetarismus oder Veganismus. Und das spielt da ja auch eine ganz große, erhebliche Rolle, gerade auch in diesen ganzen okkulten Schriften. Und Heinrich Himmler zum Beispiel, der hatte immer eine Ausgabe der Bhagavad Gita in seiner Brusttasche. Er war also ein großer Anhänger auch der hinduistischen Lehren und hat sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Ja, es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, dass in diesem Hinduismus, also quasi was die Induaria quasi rübergebracht haben, dass das sogar noch viel authentischer wäre, weil es eben nicht so einen Kulturbruch durch das Christentum hatte, wie jetzt eben die, sagen wir mal, die germanische Götterwelt, also die Niederschrift, die Edda, die wurde ja auch erst in christlichen Zeiten aufgeschrieben und dass man sagen könnte, weil es diesen Kulturbruch in Indien nicht gab, dass das Hinduismus, diese hingetragene Götterwelt eigentlich unverfälschter wäre. Genau, Wolf-Dieter Stahl hat ein interessantes Buch geschrieben über Shiva. Und da gibt es auch ein Kapitel, wo er eben Shiva mit Odin vergleicht. Und für ihn besteht gar kein Zweifel, dass dieser Gott, dass diese beiden Götter identisch miteinander sind, weil sie einfach so viele Parallelen aufweisen. Und im Laufe des Buches wird eben auch klar, dass eben dieser, dass der Hinduismus vermutlich, ja, noch viele Dinge, ja, beherbergt, die wir von den Germanen noch kannten und die vielleicht im Hinduismus so ein bisschen aufgegangen sind oder übernommen wurden. Ja, es gab sogar eine indische Waffen-SS-Division, also die aus Indern bestand. Die hatten so einen, meine ich, so einen Löwenkopf als Divisionsabzeichen. Ja, da gab es ja auch viele, auch Türken und so. Ja, es ist Division Hanscha, das waren Bosniaken, meine ich, also Moslems. Es gab sogar, es waren buddhistische Mönche, es gab diesen Mönch, der Lama mit dem grünen Handschuh, meine ich hieß der. Und da gibt es halt eben, ich sag mal, da gibt es auch diese Mythen und Legenden halt, dass die sogar auch in Berlin, im Kampf um Berlin gefallen sind. Da haben dann die Alliierten quasi sternförmig angeordnet. Ich weiß nicht, ob das eine Reiskanzlei war oder woanders, so mehrere Mönche quasi, die sich da hast. War das nicht auch so, dass die SS sich mit dem Daya Lama in der damaligen Zeit getroffen haben? Ja, da kommen wir später noch zu. Das können wir mal kurz anschneiden, wenn wir über Otto Rahn sprechen. Das war, glaube ich, war das die Schumann-Expedition? Ich weiß es nicht, aber da kommen wir gleich dazu. Ja, also was ich jetzt noch zu dem ONT, also zum Neu-Templer-Orden noch gefunden hatte, der war auch überregional, also übernational war der aktiv. Der schwedische Dichter August Strindberg, der war wohl recht bekannt zur damaligen Zeit, der war ebenfalls ONT-Mitglied, also Ordo Novi Templi, Neu-Templer-Orden. Und Lanz von Liebenfels gab ja damals auch noch die Ostara-Schrift raus, wo man dann gesagt hat, dass Adolf Hitler diese sehr gerne gelesen hat. Gut, man muss aber auch mal sehen, Hitler war ja mal jünger und später hat er das wahrscheinlich dann mit anderen Augen gesehen, denn der ONT wurde auch während des Reiches nicht belohnt, sondern er wurde aufgelöst. Und wie schon gesagt, Lanz von Liebenfels hat, meine ich da auch von Goebbels sogar persönlich Redeverbot bekommen. Und ja, das ist halt auch alles sehr esoterisch und sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe mal so ein Ostara-Heft gelesen, tatsächlich, und da ging es halt darum, um die Farbe Blau, dass die Farbe Blau die Farbe der Aria sei. Und da wird ganz lange erklärt, warum das so ist. Ja, Blau und Gold, wegen dem Blonden. Genau, ja, ja, stimmt, genau, Gold auch, aber vor allen Dingen eben Blau, ne? Ja. Ja. Ja, spannend. Ja, genau, das kann man vielleicht auch noch dazu, er war ja vorher im Katholizismus verwurzelt, ne? Genau. Also hatte auch ein paar, ja, was Frauen angeht, ich glaube, mit Frauen hatte er so seine Problemchen gehabt. Obwohl er total interessiert war an Sexualmagie, ne? Ja, aha, das wusste ich jetzt nicht. Und das war auch einer der Gründe, warum er aus dem Kloster raus ist, weil er nämlich seine, naja, als Mönch lebst du halt abstinent, ne? Ja, ja, offiziell jedenfalls. Ja, genau, und er hat das, er hat das dann eben, um das brechen zu können, ist er eben ausgestiegen und hat sich letztendlich von der römisch-katholischen Kirche, ja, entfremdet, entfernt, um eben okkulte Studien zu betreiben. Das war auch so, ja, heißt, es waren wohl so seine Beweggründe. Ja, gut. Dann habe ich mir noch notiert den Deutsch-Ritter-Orden. Was hast du dazu? Tatsächlich ist das nur eine Randnotiz. Über den Deutsch-Ritter-Orden weiß ich persönlich gar nicht mal so viel, was auch, glaube ich, für die Sendung hier gar nicht so interessant ist. Da ist geschichtlich da richtig in die Tiefe zu gehen, was aber, wie gesagt, als Randnotiz vielleicht zu erwähnen wäre, ist, dass eben der als, unter anderem, als Vorbild für die spätere SS gedient hat. Ja, inwiefern vermutlich ging es da eher um die Struktur des Ordens. Ja. Ja, also Novize und so weiter, wie man, ne? Diese typischen Ränge, die man da hat und der Abt und so weiter, ne? Und man hat sich eben, man brauchte halt irgendwo eine Organisationsstruktur für einen Orden und da hatte man sich angeblich eben am Deutsch-Ritter-Orden so ein bisschen orientiert. Ja, ich hatte nämlich mal versucht, da was rauszufinden. Die gibt es ja tatsächlich heute immer noch. So ein Kloster-Bund. Die haben auch eine Netzseite, aber es sah jetzt alles weniger spektakulär aus. Deswegen habe ich mich jetzt damit auch nicht näher befasst. Aber jetzt kommen wir zu Otto Rahn und den Katarern. Für Otto Rahn habe ich wieder eine kleine Infokarte. Geboren am 18. Februar 1904 in Michelstadt. Gestorben 13. 14. März 1939 bei Söll, Tirol. Er schrieb 1933 das Buch Kreuzzug gegen den Gral und 1938 Luzifers Hofgesinnt. 1935 kam er mit Karl-Maria Williguth in Kontakt und arbeitete als Referent im Rasse- und Siedlungshauptamt. Katara, was kannst du uns zu den Katarern erzählen? Wer fährt mit Templer ein? Ja, Katara ist eine sehr interessante Geschichte. Es gab damals neben dem regulären katholischen Christentum, was ja überall verbreitet war, tauchten immer mal wieder so kleinere Gemeinden auf, die oftmals auch gnostisch waren. Die Gnostiker waren eben, es gab eine sogenannte christliche Gnosis, die eben davon ausgingen, dass der Schöpfer, also der Judengott des Alten Testaments, dass der Böse sei. Dass das sogar der Satan sei. Also Satan als der Schöpfer dieser Welt. Und dann die Gnostiker und auch später die Katara ging eben davon aus, dass es eine Welt, eine höhere Welt gäbe, die eben die niedere materielle Welt spiegeln würde, aber ohne das ganze Leid. Ohne den Schmerz und sozusagen den Preis, den man hier zahlt für die vielen Freuden, die man gleichzeitig auch hat. Und weil sie diesen Schmerz dieser Welt nicht ertragen haben, haben sie sich sozusagen auf die Welt danach konzentriert und auf die Rückkehr in das himmlische Reich zum himmlischen Vater. Und deswegen sahen sie in Jesus Christus einen Widersacher, also quasi einen Antipod zu dem Gott Jahwe. Und haben dann sich auch auf Stellen berufen, wie zum Beispiel in Johannes, wo Jesus zu den Juden spricht und sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Genau, ja, das ist ja auch so eine viel zitierte Stelle, auch bei Martin Luther zum Beispiel. Genau, und die Katara haben das Johannesevangelium als einziges Evangelium, was für sie, also das war das legitime Evangelium für die Katara. Die haben sich am Johannesevangelium orientiert, weil auch das Johannesevangelium sich komplett abhebt von den anderen Evangelien, weil es eben eher in diese gnostische Richtung einzuordnen ist, was sogar heutige Theologen auch bestätigen. Und weil es sich vor allen Dingen auch sehr konzentriert auf diese geistige Welt, auf dieses Himmelsreich. Und da konnte man eben nur hinkommen, wenn man ein Reiner war, wenn man rein war. Und es gab da verschiedene, gerade auch bei den Kataranen in ihrer Kirche, die hatten auch mehrere Kirchen, das war quasi neben dem römischen Katholizismus die nächste größere unabhängige Kirche. Das heißt, es gab viele Kirchen auch in Deutschland der Katara, die später gekapert wurden durch die römisch-katholische Kirche. Ja, also lange natürlich vor Luther und so. Also es gab da keine Alternativen. Und die Katara wurden ganz schlimm verfolgt, eben von der römisch-katholischen Kirche und als Ketzer letztendlich alle verbrannt und umgebracht. Und diese Geschichte, die dahinter steht, eben, dass der jüdische Gott eben der Böse ist, ja, und dass der letztendlich die Menschen hier versucht in der Materie zu halten, um sie zu quälen. Das ist natürlich ein guter Aufhänger gewesen für den damaligen Antisemitismus, auch in diesen Ordenskreisen. Obwohl das ja schon sehr ins Esoterische geht. Also das wäre dann quasi dieser Demiurg. Genau, richtig. Das ist der Demiurg. Aber das passt halt, wie gesagt, das passt halt besser in diese ganze Struktur und dieses Denken als jetzt der normale christliche Glaube. Ja, der Otto Rahn hat ja in seinem Buch Kreuzloch gegen den Gral, da hat er ja eine Existenz einer genostischen Untergrundreligion, arisch-westgotischen Ursprungs, hat er da gemeint, gefunden zu haben und die dann 1244 von der Inquisition vernichtet wurde. Das kann, tatsächlich habe ich da auch mal viel, eine Zeit lang mehr nachgeforscht, was das anging. Und es gab ja auch mal eine gotische Bibel, wo eben, und das hat eben auch der Ordo-Templi, der Ordo-Novi-Templi, also Lands und Liebenfels hat das übernommen. Da wurde nämlich in der gotischen Bibel Jesus mit Fraujahr übersetzt. Aha. Und jetzt muss man natürlich wissen, wer ist denn Fraujahr? Fraujahr ist der Frey der Goten gewesen. Also das war quasi, die Skandinavier sagen Frey, das ist der Gott des Waldes, der Fruchtbarkeit und vor allen Dingen der Sonne. Ja, und zu seiner Begleitung ist halt meistens so ein Eber zu seiner Seite gestellt und der steht eben für die Fruchtbarkeit. Es gibt auch wohl Hinweise darauf, dass es dazu noch einen Phalluskult gab, wo eben die Fruchtbarkeit, die männliche Fruchtbarkeit verehrt wurde. Ähnlich wie Pan. Pan als Gott der Natur, der auch immer so ein erigiertes Glied auf den Bildern hat oder oft und eben für diese sexuelle Naturkraft steht. Und das letztendlich simulisiert auch Frey. Und wie gesagt, ein anderer Name von Frey bei den Goten war eben Fraujahr. Ja, und so war, so nannten jetzt die Goten Jesus Christus. Aha. Also quasi, ja, da sind wir auch wieder beim Thema Archetyp. Also wenn wir die unterschiedlichen Kulturen und Religionen sehen, die dann quasi Götter verehren und denen spezielle Eigenschaften zusprechen, findet man diese Eigenschaften auch in einer anderen Religion unter einem anderen Namen. Also wie wir jetzt Thor haben, so dieser, dieser zornige Kriegsgott, hat man das bei den Römern als Mars oder Ares bei den Griechen. Wobei Thor oder Dona ja schon auch ein Gott der Bauern war und so zornig war der gar nicht, weil er gilt ja eigentlich als der Menschenfreundlichste. Ja, aber man hatte ja so dieses Bild im Kopf, wenn es blitzt und donnert. Klar, man hat noch einen Kriegsgott-Tür gehabt. Genau. Aber auch einen Göttervater, so wie Zeus, gab es dann eben Allvater Wotan bei den Germanen. Ja, wobei, das ist ja auch wieder interessant, bei den Römern oder bei den Griechen Zeus, bei den Römern Jupiter, würde ja dann bei den Germanen eben Dona entsprechen, weil eben Jupiter und Zeus eben auch als Attribut den Blitz haben und Dona oder Thor eben auch den Blitz hat, wohingegen Wodan oder Wotan eher dem Mittwoch zugesprochen wurde und deswegen eher dem Merkurius bei den Römern oder eben Hermes bei den Griechen. Also man sieht, es gibt Verschiebungen, wo eben der Hauptgott eine andere Gottheit ist. In einer anderen Kultur kann es der sein, in einer anderen wiederum der. Also das wollte ich nur mal kurz so anmerken. Ja, selbst innerhalb einer Kultur, also vor Odin Wotan gab es ja Zeus als obersten Himmelsgott, der dann quasi dann später zur Tür wurde. Genau, das war auch vor allen Dingen der Gott der Sueben. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, also das war ja alles teilweise auch sehr regional. Also es gab ja viele regionale Kulte, Gottheiten, die dann auch wieder dementsprechend verehrt wurden. Ja, Südgermanen und so weiter, man hat ja verschiedene germanische Stämme gehabt und genau, da gab es dann, je nachdem, das hat man ja heute noch, da ist ja heute noch Orte, die dann nach irgendwelchen auch eher unbekannten Gottheiten benannt sind. Also das gibt es überall. Oder sogar hier, wenn man jetzt die großen Götter nimmt, hier in der Nähe bei mir Bonn, Bad Godesberg, also der Berg des Goden und da ist tatsächlich auch so ein kleiner Wotanstein, der dem geweiht ist. Ja, genau. Oder ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, genauso wie kennen wir es ja aus der germanischen Mythologie, Helheim, also dieses Heim, Mannheim gibt es, also verschiedene. Wobei Heim, eigentlich die Endung mit Heim immer auf Kelten eigentlich hindeutet. Ja, ich dachte dieses Ing wäre das, was man viel in Bayern hat. Die Heim, Heim, also das war das, was ich mal gelesen hatte, dass eben Heim vor allen Dingen für Kelten stand. Ja, vielleicht haben wir ja Kelten-Experten von unseren Zuschauern, ihr könnt gerne kommentieren. Auch generell wollte ich nochmal darauf hinweisen, also wenn ihr hier Ergänzungen habt zum Beispiel. Wir haben natürlich jetzt hier erstmal alles nur angerissen, ja, um euch da auch so ein bisschen mal einen Überblick zu verschaffen. Ja, einfach mal inspirieren, sich selber damit auseinanderzusetzen auch, ne? Ja, und gerade Thema Otto Rahn, ich dachte eigentlich, da würde ich jetzt gar nicht so viel dazu finden können, aber habe da mal ein bisschen weiter geforscht und da kommt zum Beispiel wieder die Buddha-Lehre auch wieder vor. Und zwar hatte der Otto Rahn, hatte da Kontakte, also erstmal ging er davon aus, dass die Katara manichäische Missionare christianisierter Druiden gewesen sind, ne? Und dann die Thesen des Buddhisten und Dichters Maurice Magre wahrscheinlich, eines Freundes von Rahn, die Katara und überhaupt alle europäischen Ketzer seien getarnte Anhänger der Buddha-Lehre. Gut, hatte ich jetzt ein bisschen für weit hergeholt, aber ich weiß natürlich nicht, wie er das begründet hat. Und auch was interessant ist, Otto Rahn hat ja zwei Bücher geschrieben, wie ich eben erwähnt hatte, einmal Kreuzzug gegen den Gral und Luzifers Hochgesinnt. Und in dem ersten Buch, da ordnet Luzi, oder Otto Rahn ordnet Luzifer noch der christlichen Tradition folgend, ja, dem Bösen zu. Und in seinem zweiten Buch, Luzifers Hochgesinnt, da wird Luzifer zum Lichtträger, zum Luzibel. Und ja, wie ihn eben die Luzifer-Anhänger der Katara angeblich genannt haben. Genau, das geht ja auch, ne, Katara, Bogomilen und so weiter, die haben ja alle diesen Luzibel verehrt. Wobei ich eben glaube, dass dieser Luzibel vor allen Dingen der Balder ist, ne, der germanische Lichtgott. Ja. Na, das ist halt auch nur so als Anmerkung. Ja. Hier habe ich noch was rausgenommen, Zitat. Unter Luzifers Hochgesinnt verstehe ich diejenigen, die nordischen Geblütes inne und ihm getreu einen Berg der Versammlung in der finsteren Mitternacht als Ziel ihrer Gottessucht sich erkoren hatten und nicht die Berge Sinai oder Zion in voller Asien. Hier haben wir auch wieder Mitternacht, ne, der Berg von Mitternacht, wo ich vorher schon gesprochen hatte, der Mitternachtsberg, was bis zurück Nebukadnezar zurückreicht und eben als so, ja, Versammlungsort im Norden mit Hyperborea quasi wieder assoziiert werden könnte. Also super spannende Geschichten. Und Otto Rahn, der hatte einen Briten in seiner Bekanntschaft, der hieß, also hieß französisch Gaston de Mengel oder Mengel, ne, Mengel. Und der war Mitglied des Geheimbundes Les Polaires, also die Polaren. Und das Interessante war, hast du von denen schon mal gehört, ja? Ja. Die hatten ja nur 63 Mitglieder und das war quasi sieben mal neun, weil das eben auch diese Zahlen eine freimauerische Bewandtnis hatten. Und diese Polaria, die haben immer zu gewissen Zeiten des Tages um 8, um 12, um 21 Uhr bestimmte Gedankenkonzentrationsübungen durchgeführt. Und die haben zum Beispiel auch den Heiligen Gral gesucht. Genau. Und ich habe mal von einem ehemaligen SS-Mitglied vor vielen Jahren gesagt bekommen, dass die innerhalb der SS auch bestimmte Konzentrationsübungen gemacht haben. Was das genau war, das waren wohl meditationsähnliche Übungen, wo sie sich eben auch Bilder im Kopf vorstellen sollten. Also das, was man eigentlich als Imagination bezeichnet, ne? Was wir ja auch wissen, dass das durchaus nützlich ist, seine Ziele zu imaginieren und dadurch eben einen Fokus zu generieren, ne? Genau. Das geht ja sogar bis in neurolinguistische Programmierung, ne? Also sich selbst quasi dann motivieren und sich dann, ja, so ein Kraftfeld schaffen. Mhm. Ja, das ging noch weiter. Ja, dieser Führer dieses Geheimbundes, der hieß Sam Botiva und der hat, äh, mit einer Dame, die sich, äh, auf die Ketzerpäpstin Esclamont die Foix bezogen hat, also in einer Blutslinie, haben die halt eben dann in Montsegur, äh, bei dieser Albigensaburg, haben die dann halt eben, ja, nach dem Heiligen Gral geforscht, ne? Und irgendwie dieser Sam Botiva, der hatte wohl irgendwie irgendeine Wünschelrute, wurde da beschrieben, ich weiß nicht, wie die ausgesehen hat, wurden dann nicht fündig und ging dann eben davon aus, dass der Schatz halt eben woanders, äh, versteckt wurde, ne? Ja, auf jeden Fall super interessant, um diese Person Otto Rahn, das Ende war ja dann weniger, äh, traurig, ja, traurig eigentlich, ne? Er war wohl homosexuell und ist dann aufgrund dessen bei der SS in Ungenade gefallen. Und, ja, ich glaube, man hat ihm dann, äh, den Freitod überlassen. Ja, er ist erfroren in den Bergen geborgen. Offiziell dann, ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja, das ist eigentlich schade, ne? Weil das war schon, denke ich mal, jemand, ein Sucher. War ein heller Kopf. Ein Sucher, ein Sucher mit, äh, viel, äh, mit viel Wissen und esoterischem Elan, sag ich mal. Ja, und vor allem auch sehr feinfühlig, ne? Wenn man so seine Überlegungen, äh, also sich das mal anschaut, also von, von seinem Wesen her muss er unglaublich sensibel und feinfühlig gewesen sein. Ähm, ja, insofern. Ja, ich meine, zum Abhärten hatte man immer irgendwie ein Arbeitslager, äh, äh, näher gebracht. Ja, das ist total, also ich finde es grausam. Ja, ich finde es auch nicht in Ordnung. Also, muss nicht sein. Ja, dann hätten wir jetzt als nächstes, äh, den Schwarzen Orden, also die SS. Die hatten ja quasi ihren Karl-Maria Willigut. Auch eine sehr illustre Gestalt. Hier haben wir ihn. Karl-Maria Weißthor, Jarl Wider und Lobesam, das waren seine weiteren Namen, geboren am 10. Dezember 1866 in Wien. Gestorben am 3. Januar 1946 in Arolsen. 1934 trat er unter dem Pseudonym Karl-Maria Weißthor der SS bei und wurde Himmlers engster Ratgeber in Sachen Okkultismus. In Himmlers Auftrag hatte er von 1933 bis 1939 prähistorische Studien durchgeführt. Er entwarf den Totenkopfring der SS und belegte den Irminen, äh, belebte, hier steht belegte, ja, den Irminenglauben neu. Mhm, mhm, mhm. Ja, Weißthor. Naja, er nannte sich ja, oder er wurde halt Weißthor genannt, weil er einerseits ein Wissender war, ein Eingeweihter und andererseits, weil er sich eben auf den Gott Thor damit bezog. Ja, also ein Eingeweihter des Thor. Und man hat letztendlich das alles so eingegrenzt und Karl-Maria Williguth war sozusagen, der hatte komplette Narrenfreiheit und konnte halt neben Heinrich Himmler eigentlich machen, was er wollte. Er wurde ja auch mal als Rasputin bezeichnet. Ja. Weil er eben so ein bisschen verrückt war. Und was auch verrückt ist, äh, dass er sich selber als den König der Zigeuner nannte. Genau, das habe ich auch gefunden, ja. Also das sind alles so Sachen, ähm, die passen eigentlich so gar nicht zu dem, was man damals so, aber, naja, wir wissen nicht, was, was für ein Verhältnis er zu Himmler hatte, wie, ob die gut befreundet waren und er dann irgendwie da, ne. Ist es halt schwierig zu sagen, das sind alles nur Mutmaßungen. Aber was halt wichtig ist, er hat das gesamte esoterische Konstrukt und die Ideen, die die SS letztendlich, ähm, vertreten haben und die die auch, ähm, ja, verbreitet haben, die sind maßgeblich von Karl-Maria Williguth beeinflusst worden. Ja. Ja, er ist ja dann, äh, 1939 in Ungenade gefallen, Medikamenten, Alkoholmissbrauch. Und, äh, ja, ich glaube, entweder vorher, bevor er zur SS kam, oder danach ist er ja dann auch in der, äh, Psychiatrie gewesen. Ich glaube, er war sogar zweimal da. Wahrscheinlich vorher und hinterher. Ja, wahrscheinlich haben sie ihn, wahrscheinlich haben sie ihn rausgeholt und dann irgendwann wieder reingeschrieben. Da dachte sie, Mensch, äh, der taugt ja doch nicht. Ja, der hat teilweise eben auch so Weissagungen getroffen, ne, wo er dann da Himmler irgendwelche Sachen voraus prophezeit hat und so. Ja. Und, ähm, inwiefern der sich da jetzt wirklich mit Astrologie und so weiter auskannt, also kannte es halt, kann man schwer sagen, weil man hat kaum irgendwas von ihm über ihn. Und, ähm, ja, aber er scheint ja wohl schon irgendwo einen Einfluss auf Himmler gehabt zu haben, indem Himmler in ihm eine gewisse Vertrauensperson war, hat irgendeine, vielleicht auch eine Art väterliche Gestalt, man weiß es nicht. Ähm, die Runen, die, äh, Guido von List, äh, ins Leben gerufen hat durch seine Vision, die hat er ja quasi, äh, sind Runen, die es schon gab. Aber er hat sie bis auf Gibur, glaube ich, äh, aus den, aus den älteren Foodtags übernommen und hat dann aber sozusagen eine eigene Foodtag-Reihe erschaffen. Und das hat der Kalmaria Willi gut auch gemacht. Und da tauchen dann Runen auf, die wir so vorher noch gar nicht kannten, auch unter Bezeichnungen, die man vorher noch gar nicht kannte. Vielleicht wollen wir ja mal auf die schwarze Sonne eingehen, die nämlich aus so einem Sonnenrad, ähm, ja, zusammen, also ein, die ein Sonnenrad darstellt und sich eben aus Runen zusammensetzt. Und, äh, in den meisten Dokumentationen, von denen es ja Tausende gibt, ja, gefühlt, ähm, über die SS und über die schwarze Sonne, wird jedes Mal gesagt, es handelt sich, sich hier um zwölf SIG-Runen. Also, so Vilo-Runen, die da zusammengebracht worden sind. Es passt aber gar nicht, weil diese Runen gespiegelt sind. Und, äh, wenn man, äh, die Dokumente von Kalmaria Willi gut eben genau anscheinend nimmt, wird man feststellen, dass es sich dabei nicht um die SIG-Rune handelt, sondern die sogenannte Ziel-Rune. Die Ziel-Rune galt als eine Art Dämonium der Sovilu-Rune, also quasi die dunkle Seite der Sonne. Die Umkehrung. Richtig. Also quasi nicht die lichtvolle Sonne, sondern die schwarze Sonne. Mhm. Und das passt ja dann auch zu der Bezeichnung schwarze Sonne, obwohl die wahrscheinlich damals gar nicht so genannt worden ist. Ich blende die mal eben ein, ja. Wir haben ja hier Bilder von der Webelsburg. Und zwar haben wir, äh, einmal die Gruft hier links im Bild. Ja, ich hab's ja extra bezeichnet. Dann rechts der Obergruppenführersaal. Und du hast recht, die sind tatsächlich gespiegelt. Runen. Und, äh, einmal die Webelsburg, äh, von außen. Ich hab mal, äh, bevor wir da nochmal auf die, auf die Symbolik eingehen. Und normalerweise, wenn man Webelsburg hört, hat man ja immer nur, ähm, die Ordensburg der SS im Sinn. Ich hab aber mal ein bisschen tiefer gegraben. Und zwar, die wurde erbaut, äh, in den Jahren 1604 bis 1607. Vorher, im 9. oder 10. Jahrhundert, gab's das schon als Wehranlage. Natürlich nicht in der Form. 1123 gab es den Graf Friedrich von Arnsberg. Der hat die dortige Bevölkerung gezwungen, eine Zwingburg zu errichten. Im Jahre 1301 übergibt Graf von Waldeck seine Ansprüche auf die Burg an den Fürstbischof von Paderborn. Und dieser überträgt dann die Hälfte seines Besitzes an den Edelherren Berthold von Bühren. Und das ist tatsächlich die einzige Dreiecksburg Deutschlands. Und das, äh, liegt daran, dass sie auf so einer Bergzunge aus Kalkgestein erbaut wurde. Das Dorf Webelsburg, das ist vermutlich entstanden. Als im 14. und 15. Jahrhundert das Raubrittertum um sich griff, ne, die haben da ja gebranntschatzt und geplündert. Und, äh, im Schutz der Burg hat man dann halt eben, ja, haben die Dorfbewohner sich dann dort halt eben eingeigelt. Und bis 1589 vergaben die Paderborne Fürstbischöfe die Wilbitzburg an verschiedene Lehnsherren. Und dann gab's noch den Graf Wrangler, das war ein schwedischer General, der hat die Wilbitzburg dann irgendwann erobert und schwer beschädigt. So, das mal als, äh, kleinen geschichtlichen Exkurs, um mal zu sehen, dass die Wilbitzburg auch noch in einem anderen Zusammenhang bekannt sein kann. Ja, aber wie gesagt, gehen wir mal wieder zurück auf diese, auf diese Symboliken, also die Gruft, da ist ja noch was Besonderes, ne. Ich wollte noch was zur schwarzen Sonne sagen. Achso, ja, genau. Und zwar, wie gesagt, sie bildet sich eben aus diesen zwölf Zielruhen, nicht aus den Sikruhen. Und, äh, jetzt ist aber die Frage, was bedeuten diese Zielruhen? Die Zielruhen stehen für das Dämonium der Sonne. Und dieses Dämonium wiederum wurde dort, in diesem Kontext unter Maria Williguth, äh, als, äh, Lucifer bezeichnet. Aha. Also, ja, Lucifer wirklich im Sinne des, äh, Widersachers. Ja, also nicht Lucifer als römische Gottheit oder so, sondern losgelöst davon, sondern Lucifer. Und da haben wir ja auch wieder dieses Ding mit den Katarern. Die Katara, Luzibel oder Lucifer als lichtvolle Erlösergestalt, ja, als, äh, ne. Und dann haben wir da auch wieder die schwarze Sonne, die dann letztendlich die andere Seite der Sonne darstellt. Und das ist insofern interessant, weil, ähm, ja, Christus in der Esoterik immer als Sonne dargestellt wird. Also, in der Esoterik wird man, in der christlichen, in der christlichen Esoterik oder auch in der christlichen Mystik, äh, die esoterisch angehaucht ist, wird man Jesus immer der Sonne zugeordnet finden. Ja, auch der Heiligen Schein, ne, hat ja auch sowas Sonnenhaftes. Ne, ne, und wenn man nach Steiner geht, unterscheidet er ja nochmal zwischen Jesus und Christus, ne. Also, Jesus als der Mensch und Christus als die Gottheit im Menschen. Mhm. Und, äh, das heißt quasi, Christus als solches ist dann der, der, der Gottmensch. Und, ähm, wenn wir dann aber davon ausgehen, dass die, dass, dass dieser Christus die, die, diese lichtvolle Sonne symbolisiert, ist dann der Gegenpart, die dunkle Sonne. Und die beschreibt Rudolf Steiner als Sorat. Und er, und es wird sogar in den, in den, äh, nach Rudolf Steiner, nach folgenden Schriften über das Dritte Reich, Nationalsozialismus und so weiter, da wird beschrieben, dass eben dieser Sorat-Archetyp dem Archetypen entsprach, den Hitler verkörpert hat. Mhm. Das heißt also, Hitler war der Archetyp von Sorat, der schwarzen Sonne, also quasi der Anti-Messias. Ja, interessant. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kalmarier Williguth zu der Zeit schon viele Sachen von Steiner kannte, viele Sachen eben von, äh, den Theosophen und dass das bekannt war. Und deswegen hat man genau diese Symbolik aufgegriffen, um sie für sich zu benutzen. Mhm. Ja, super, spannend, ja. Was da so alles ineinander reinfließt, ne? Mhm. Es war übrigens, ähm, Williguth, der, äh, Himmler auf die Wewelsburg aufmerksam gemacht hat. Und zwar, ähm, gab es da eine, eine westfälische Sage von der Schlacht am Birkenbaum. Und, äh, da gibt's irgendwie so eine, so eine Versform, so eine romantische Versform aus dem 19. Jahrhundert. Und diese Sage berichtet halt eben von einer Schlacht am Birkenbaum, die irgendwann zwischen gewaltigen Heeren stattfindet, zwischen Osten und Westen. Und diese Wewelsburg sollte dann quasi das Bollwerk sein, das sich dann diesem Hundensturm, äh, entgegenwirft oder standhält, an dem dann der Hundensturm zerschellt. Und, äh, ja, dafür war halt eben diese, diese Ordensburg, Wewelsburg auserkoren. Und, ähm, wir können ja gerade noch zwei Einblendungen machen. Und zwar, äh, da ist ja dann der Krieg leider dazwischen gekommen. Mhm. Da wurden Pläne geschmiedet. Also hier hab ich mal die, äh, das Modell der geplanten Burganlage von 1944. So sah das aus. Man sieht in der Mitte die Burg. Und dann, ja, fast strahlenförmig, so kranzförmig drumherum. Und dann gibt es hier noch eine. Ich hab mal unten links, hab ich mal so einen weißen Kreis um die Wewelsburg gezogen, damit man sich das mal ansieht. Und das wirkt quasi wie die Spitze eines Speeres, ne? Wenn man da weiter nach rechts schaut, wie so ein Haft. Das war ja auch ganz bewusst so, ne? Als Mittelpunkt. Genau. Ja, richtig. Also man hat ganz bewusst diese Symbolik gewählt des Speeres, weil es sich hier um den Speer des Schicksals handeln sollte, der auch in der Wewelsburg aufbewahrt wurde. Der Speer des Schicksals ist der Speer des sogenannten Longinus gewesen. Das war ein römischer Legionär, der angeblich eben laut dieses Mythos Jesus Christus mit der Lanze, also mit dem Speer, in die Seite der Rippe reingestoßen hat. Und damit eben das heilige Blut des Herrn, wie es da halt eben heißt von Christus, das Blut an dem Speer war. Jetzt wenn man aber davon ausgeht, dass die Thule-Gesellschaft und später eben auch die SS und so weiter, dass die davon ausging, dass eben Jesus Christus oder eben Fraujahr oder nur Christus, dass der eben Aria war. Und zwar ein U-Aria, ja? Dann quasi noch einer der Überlebenden von Atlantis mit urarischem Blut. Und dass der sozusagen als Gottheit auf die Erde kam oder auf der Erde plötzlich auftauchte und dass dieses Blut diesen Speer berührte. Das machte diesen Speer so unglaublich begehrenswert und vor allen Dingen auch so wertvoll, warum sie diesen Speer dann eben auch dort aufbewahrt haben. Ja, also das muss man sich halt vorstellen, die Idee dahinter, du hast den Speer, womit letztendlich der Urahn der Aria sozusagen oder letztendlich eine Gottheit berührt wurde. Und das war eben, deswegen hatte der so viel Macht und war eben so aufgeladen im Symbolismus. Und deswegen auch der Speer, wobei man ja auch sagen muss, Germane heißt ja Sperrmann oder Sperrmänner, der Gär. Genau, richtig. Also das ist schon wirklich sehr wichtig. Und was man da drum rumbauen wollte, das sollte ja ein riesiges Schulungszentrum werden. Und da war ja eine Menge geplant. Man hatte ja da auch die ganze Bevölkerung, also das ganze Dorf, das ist ja ein Dorf, was da angrenzt, die hatte man dann irgendwie evakuieren wollen und hat auch Stück für Stück die Leute, hat denen da ihr Hab und Gut abgekauft. Und das wurde dann alles verordnet. Also die haben gesagt, bezahlt die, gibt denen aber richtig viel Kohle, mehr als der ganze Kram wert ist. Die sollen vernünftig entlohnt werden dafür, dass sie ihre Heimat jetzt verlassen müssen. Genau, wie man es bei Uwe Salzberg ja auch gemacht hat. Ja, stimmt. Ja, super spannend. Also, ja, ich gucke mal auf meinen Spitzzettel. Ja. Was haben wir denn noch? Wir haben noch, ähm... Die Gruft über die Gruft, also was, was ich auch noch wichtig finde. Ja, warte mal, ich blende es gerade nochmal ein. Genau, hier haben wir. Ich war selber auch schon ein paar Mal auf der Wewelsburg und es ist ja so, dass die irgendwann, ich weiß nicht, wann die das geändert haben, aber ich glaube so Mitte der 90er oder Ende der 90er, da haben die das so eingeführt, dass wohl der Nordturm nicht durchgängig geöffnet war. Ne, da hatten die mal so Phasen, wo er dann wieder geöffnet war, dann wäre er wieder geschlossen und zu der Zeit, wo ich da hinkam, war es so, dass der Nordturm sogar nur einmal im Jahr aufgeschlossen wurde. Und, ähm, als ich das erste Mal dort bei der Wewelsburg war, wurde zufälligerweise genau an diesem Tag dieser Turm aufgeschlossen und da hatten die das erzählt, dass die das nur noch einmal im Jahr machen und dann auch so, dass man es nicht weiß, wann es passiert, weil die Angst hatten, dass dort eben dann genau zu diesem Termin ganz viele Rechtsradikale in Deutschland dann sich versammelten. Ja, in Pilgern. Ja, ja, genau. Ja. Und das wollte man eben deswegen unterbinden und ich hatte das Glück, da einmal drauf zu gehen und es ist halt wirklich echt krass, also wie man erstmal so, was man sieht, wie man das alles so betrachten kann. Ich habe auch von jeder Seite dann mal ein Foto gemacht und, äh, ja, und was ich aber noch dazu sagen kann, was für ein Gefühl das ist. Also, ich bin ja jemand, der sich mit okkulten Dingen auseinandersetzt und ich bin ja auch sehr esoterisch und spirituell und so weiter und ich muss wirklich sagen, da ist eine Energie, die ist mit nichts zu vergleichen. Ja, und, ähm, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich das, als ich von dieser Burg wieder weggefahren bin, gerade der Nordturm, äh, ich war Wochen, Monate lang unglaublich energiegeladen. Krass. Und da muss also irgendwas sein und vielleicht sind es Erdströme, vielleicht sind es irgendwelche Magnetfelder, ich kann es dir nicht sagen, aber da ist definitiv irgendetwas, äh, was sensitive Menschen, äh, spüren können. Ja, 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 interessant. Ja, bei der Gruft, da sehen wir ja diesen, äh, diesen Kreis, also diese Vertiefung in der Mitte des Raumes und da, genau da drüber, in der Decke ist ja auch noch ein Sonnenrad eingelassen. Genau, da ist so ein Hakenkreuz, so eine Varietät des Hakenkreuzes, ne, heute sagt man ja Swastika, ähm, was dann auch immer so ein bisschen verwinkelter ist, aber genau, so in der Mitte und da, manche fragen sich ja, was sollte denn da eigentlich gemacht werden, ne, was hatten die da eigentlich vor, was, was sollte denn in dieser Gruft, in dieser Krypt da passieren, ähm, genau, möchtest du erzählen? Ja, ich weiß halt nur, ähm, da sind ja diese zwölf Sockel und auf diese Sockel sollten dann irgendwann die Urnen von hohen, äh, Würdenträgern, sag ich mal, gestellt werden und natürlich war es auch ein, ein, ein Raum für, für Gruppenrituale. Zum Beispiel wurde es auch in der Webelsburg, ich hatte ja vorgelesen, dass, äh, Willi Gut diesen Eminenglauben wiederbelebt hat, dort fanden dann, äh, Hochzeitszeremonien zum Beispiel statt. Mhm, mhm, genau, die Hochzeitszeremonien. Die waren aber, glaube ich, dann eher im Obergruppenführersaal oben, ne, das war dann so eher, weil unten in der Gruft, in der Krypta, das, äh, ist nicht so romantisch. Ich glaube nicht, das ist eher was für so irgendwelche Einweihungen, ich schätze mal, dass die dort da bestimmte Einweihungsrituale gemacht haben, aber es ist natürlich alles sehr spekulativ, äh, was ich nochmal gelesen hatte, ist wohl, dass wohl in der Mitte, ähm, mal so eine Art ewiges Feuer brennen sollte, ne. Ja, da wollte ich gerade sagen, da ist nämlich so wie so eine Feuerstelle, ne. Genau, und da hatte man wohl damals schon, äh, da gab's wohl auch irgendwelche, äh, ja, Pläne, Plänungen, äh, wie man da so eine Gasleitung legen kann, dass da halt eben so eine Feuerschale ist, die dann eben permanent Tag und Nacht jahrelang brennen sollte. Mhm. Ne, ne, die dann sozusagen das Feuer des Arias symbolisieren sollte, ne, als Sinnbild für, für die wieder, für den wiedergekommenen Aria, für das, ne, heilige Feuer, das, äh, letztendlich ja auch mit dem Blut in Verbindung gebracht wurde, ne, Feuer und Blut, ne, das sind, äh. Das sind ja so, so wirklich so tiefe, äh, tiefe Symbole, die du in vielen Mysterienkulten hast, ne, Blut als, als ist ja, ist ja mehr als nur der Saft des Lebens, Blut ist ja auch Geist, was sich alles darin manifestiert. Und auch Seele vor allen Dingen. Genau, Geist, Seele und dann könnte man auch wieder in die Materie gehen, äh, dass es das halt eben dann, äh, Vererbung ist. Genau, das Erbe, die Genetik, ne. Also das ist halt echt spannend und, ähm, ja, ob die dann da diese Uhren da aufgebahrt hätten, wir wissen das ja leider alles nicht, wie das dann am Ende ausgeht. Also heute sieht, sieht die Wewelsburg natürlich nicht so aus, wie auf den Fotos, wenn man da hinkommt, das ist, äh, weiß ich nicht, also ganz ehrlich, es wirkt grotesk, weil da liegen überall so orangene Sitzkissen rum. Ja, im Obergruppenführersaal, ne. Ja, die dann über die schwarze Sonne ist und, ähm, ähm, meine Mutter war da mal, um sich das anzuschauen und dann hat sie da die Kissen weggeräumt, um sich das Symbol auf dem Boden anzuschauen. Ja, und meine Mutter ist nun wirklich keine Nationalsozialistin, überhaupt nicht, aber sie wollte sich das halt anschauen aus Interesse und dann kamen gleich irgendwelche Aufseher an, die mischten sich da ein und sagten, das können sie jetzt nicht, was machen sie denn da? Ja, und dann sagt sie, ich wollte das fotografieren und mir anschauen, also hören sie mal, ne. Und unten in der Krypta, also da, wo die Gruft ist, sind heute auch irgendwelche ganz grotesken Bilder, die da aufgehangen wurden, die wohl damals im Dritten Reich, äh, als, ähm, entartete Kunst verbrannt worden wären. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde den Ort sehr erbauend und erkräftigend. Ich kann jedem einfach mal empfehlen, dort hinzufahren, sich selber mal einen Einblick zu geben, unabhängig von dem, was da geschichtlich passiert ist. Ja, das meine ich überhaupt gar nicht. Ich rede einfach nur davon, von der Grundenergie, die dort herrscht, ne. Sich da einfach mal so selber reinbegeben und mal ein bisschen forschen. Genau. Ja, und das ist ja auch, kann man vielleicht mal an dieser Stelle sagen, wir haben uns jetzt hier rein, äh, auf die Esoterik dieser Zeit und auch der Vorzeit, ähm, ja, konzentriert. Ja, also es geht hier nicht darum irgendwie, was man jetzt, äh, mit irgendwelchen Paragrafen vielleicht, äh, irgendwie, äh, sanktionieren könnte. Ja, also wir haben, äh, uns, äh, rein nur auf die, auf die okkulten Themen spezialisiert, selbst die schwarze Sonne, äh, weil man mich mal auch mal gefragt hat, ja, ist denn die schwarze Sonne verboten? Die schwarze Sonne ist an sich nicht verboten, nur im Zusammenhang mit, äh, verbotenen Organisationen und damit ist jetzt aber nicht die, äh, SS gemeint, sondern irgendwelche Kameradschaften oder sonst irgendwas. In einem Bundesland ist die, glaube ich, aber schon verboten. Ja. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass irgendein Bundesland hat die schwarze Sonne, die darf man dann da nicht abbilden oder irgendwas. So, weil ich war eben nämlich noch auf der Seite des Verfassungsschutzes. Ah ja, guck an. Ja, dann haben sie es vielleicht geändert. Ist ja, ich finde es sowieso, äh, völlig, äh, am Ziel vorbei, Symbole zu verbieten. Man muss ja dazu sagen, dass so ein verbotenes Symbol wesentlich attraktiver wird und vor allen Dingen viel mehr Energie besitzt, als ein Symbol, was, was profanisiert ist. Ja. Ja. Also letztendlich, kleiner Tipp an den VS, wenn man Symbole verbietet, dann, ähm, erhält man damit die magische Energie dieser Symbole. Man konserviert sie sogar und man verstärkt sie sogar. Ja. Sollen sie es verbieten. Sollen sie es verbieten, genau. Sollen sie es verbieten, dadurch bekommen die Symbole erst richtige Macht. Ja. Gut. Aber wir haben uns ja hier rein, äh, unideologisch damit auseinandergesetzt. Genau. Wie du es immer so schön sagst, wir machen hier ein Angebot an Information, was man daraus macht, muss jeder selber, äh, entscheiden. Ja, das, und das ist ja auch so ein Punkt, ähm, also ich selbst zum Beispiel gehe ja mit diesen, äh, mit vielen Dingen, die dort, äh, besprochen werden, auch in der Literatur, gehe ich gar nicht mit. Ja, also ich bin weder ein Antisemit, noch bin ich jemand, der gegen irgendeine Volksgruppe ist, das interessiert mich nicht. Mich interessieren Ideen, Ideologien und Religion und okkulte Strömungen. Und wenn die Leute durch ihre Religion in irgendeiner Form, sag ich mal, für mich einen Dachschaden haben, dann habe ich mit der Religion ein Problem, aber nicht mit den Leuten. Ja, oder mit der Ideologie, die in den Köpfen der Leute ist. Das stört mich dann. Aber sich dann gegen ganze Volksstämme oder sowas aufzulehnen und die dann alle über einen Kamm zu scheren, das ist, es wäre eh nicht mein Ding. Das wäre sowieso nicht. Und insofern sind viele Sachen, die dort eben stattgefunden haben, auch diese esoterischen Lehren, sind interessant, es sind Angebote, aber ich teile das nicht in dem Maße, wie es da eben publiziert wurde damals. Ja, ich meine, ich sage mal, so eins zu eins irgendwas zu finden, was mit einem absolut deckungsgleich ist, das wird sowieso schwierig, außer man macht seinen eigenen Kult, seinen eigenen Sektor auf. Genau, das ist natürlich ein spannendes Thema. Und vielleicht sollten wir da nochmal live machen oder eine extra Sendung. Ja, da kommen wir ganz zum Schluss zu. Liebe Zuschauer, bleibt dran. Wir haben nämlich noch zwei Punkte. Und einmal hatten wir ja Odessa, das war der Orden der ehemaligen SS-Angehörigen, die ja da quasi nach Argentinien gegangen sind. Ja, und Kanada. Ja, da auch, genau. Ja, das hatten wir auch nur als Randnotiz. Genau, Odessa, Orden der ehemaligen SS-Angehörigen, die sich dann eben nach Ende des Zweiten Weltkrieges dann verdünnisiert haben. Es gab vielleicht, das kann man nochmal kurz erwähnen, es gab ja die sogenannte Absatzbewegung, die sich dann angeblich mit über 300 U-Booten in Richtung Neuschwabenland abgesetzt haben. Ja, und das soll, die waren wohl voll bepackt mit SS-Soldaten und Familien vor allen Dingen, SS-Familien. Und die wollten dann, sind dann tatsächlich auch, also es sind auch Aufzeichnungen, die die Amis haben und so weiter. Es ist also nicht irgendeine Geschichte, die man so Nachkriegsgeschichten, irgendwelche Mythen erzählt hat, sondern das ist so. Und diese U-Boote, diese 300 U-Boote wurden nie gefunden. Ja, und da geht es ja auch um Flugscheibentechnologie, wenn wir gerade da bei dem Thema sind. Genau, das sind keine UFOs, sondern das sind eben Flugobjekte, die eben auf Antigravitationsmotoren oder wie auch immer so Antigravitationsgeschichten basieren. Aber das sind halt auch Spekulationen. Also ich kann nicht sagen, was ist davon echt, was nicht. Hast du noch keins gesehen? Ich habe noch keine. Noch kein Haunebu oder Vriel. Also sagen wir mal so, ich habe schon komische Flugobjekte gesehen im Sternenhimmel, die ich nicht zuordnen konnte, die für mich keine Satelliten waren und auch keine Flugzeuge. Aber was das war, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich gucke gerade, nämlich gerade zu dem Thema hatten wir uns doch auch noch was aufgeschrieben und zwar mit der... Vriel, Vriel-Gesellschaft und Reißflugscheiben. Ja, ja, genau. Also was ich wohl mal gehört hatte, das ist eben auch, dass eben Teile von diesen Reißflugscheiben, die wurden nach Peru gebracht und andere Teile wurden eben mit der Absatzbewegung abtransportiert nach Neuschwabenland. Das ist so das, was ich über die Reißflugscheiben weiß und diese Antigravitation, das ist ja auch nochmal, vielleicht kann man das mal ganz kurz anreißen. Die Vril-Gesellschaft, die soll sich angeblich aus der Thule-Gesellschaft so entwickelt haben oder mit der Thule-Gesellschaft zusammen, also so genau weiß man das eigentlich gar nicht. Und ob es die auch wirklich gegeben hat, weiß man auch nicht. Das sind halt alles so Nachkriegs-Erzählungen. Und da gab es eben diese bekannten Medien. Hast du zufälligerweise... Ja, Maria Ortitsch und das Medium hieß Siegrun, diese Frau mit den ganz, ganz langen Haaren. Genau. Und darum baut sich ja dieser Vril-Mythos. Die hatten Kontakt angeblich zu einer außerirdischen Rasse, nämlich den Aldebaranern. Ich weiß, das klingt jetzt natürlich völlig abgedreht, aber das ist halt diese ganze esoterische Zeit auch. Da war das eben dieses Channeling und das haben wir ja heute immer noch. Gibt's heute immer noch, genau. Ja, das wird ja heute immer noch betrieben, aber vielleicht heute noch lächerlicher als damals vielleicht. Ja, auf jeden Fall zumindest soll ja dieses Medium Siegrun die Baupläne für diese Flugscheiben gechannelt bekommen haben. War das nicht sogar auf Alt-Babylonisch oder sowas? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, welcher Sprache das war. Auf jeden Fall hatte sie... Nee, das war in Deutsch. In Deutsch? Ja, und das weiß ich deshalb, weil die nämlich gechannelt hatten, dass die Babylonier eigentlich Deutsch gesprochen haben. Ach so. Und jetzt kommt's nämlich und die Aldebaraner sprechen eben auch Deutsch und so weiter. Also das waren so verschiedene Sachen. Da ging's um Babylon und die Deutschen und Aldebaraner und das war irgendwie alles, die gehörten alle irgendwie zusammen. Da ging's auch um Zeitreisen und alles Mögliche, ne? Ja, die Glocke, ne? War ja so ein Objekt. Genau, die Glocke. Ja, das sind Angebote, da kann man sich mit beschäftigen. Es ist auf jeden Fall interessant. Und der Begriff Vril geht ja eigentlich auch von einem Roman zurück. Ja? Genau, es ist ein Roman gewesen und da wird von... Ich glaube, der Roman heißt The Coming Race. Ach so, das war doch von... Wie hieß denn der? Ja, ich weiß es jetzt auch grad nicht. Moment, das will ich jetzt wissen. Moment. Naja, auf jeden Fall war das ein Roman und da ging's um so eine kosmische Urkraft. Ähnlich wie dieses Chi oder wie das ägyptische Karp. Etwa, Bulvalitten oder Leuten. Ah ja, genau. Und da geht's um diese kosmische Urkraft und die wird eben dort Vril genannt. Und die Vrilja, das ist dieses Volk, um was es da geht, die besitzen halt den Schlüssel zu dieser Macht. Und wer den Schlüssel zu dem Vril besitzt, kann letztendlich alles beherrschen, kann den Kosmos, das Universum beherrschen. So ein bisschen Star Wars, ne? Ja. Und da sind wir wieder bei der Hohlwelt, ne? Weil angeblicherweise soll's ja an den Polkappen Zugänge geben. Und dass diese Flugscheiben-Zivilisationen immer noch dort existent sind, ne? Genau, und da gibt's ja auch so Dokus auf YouTube. Müsst da einfach mal gucken. Neu-Schwabenland-Doku eingeben und dann kommt man da drauf. Es ist, kann man sich mal angucken, es ist auf jeden Fall interessant, ne? Ja, da gab's ja noch diese Expedition nach dem Krieg, wo man dann, ich glaub, ne Atombombe draufgeworfen hat. Oder wie hießen die nochmal? Highjump, glaub ich, war das die Operation Highjump? Da sind doch die Amis mit Flugzeugträgern dahin und sind dann mit hohen Verlusten, angeblich hohen Verlusten, heillos überfordert, geflüchtet. Das kann ich mir schon vorstellen, warum nicht, ne? Und haben die dann gesagt, wir sind auf eine Macht gestoßen, also deswegen die dritte Macht, ne? Also Russland, Amerika, die zwei Weltmächte und die dritte Macht, diese Reichsflugscheiben. Da hatten wir keine Chance und das wäre quasi dann so eine Gefahr, die man im Auge behalten muss. Muss ja wohl eine argentinische Zeitung gegeben haben. Richard Byrd, glaub ich, hieß der. Genau, genau, ja, genau. Da gibt's ja so einige und heute ist es ja immer noch so. Es ist ja für alle, für alle Länder dieser Welt ist das ja eine Sperrzone, ne? Ja. Eine gemeinsam vereinbarte Sperrzone. Man darf da nicht hin. Also man muss sich mal überlegen, angeblich gibt es da nix außer Eis. Warum soll man da nicht hin dürfen? Das ist doch Schwachsinn. Das gleiche wie vor Helgoland halt eben diese Ruinen, ne? Ja, da kann man ja noch sagen, da liegen irgendwelche Bomben. Aus Sicherheitsgründen. Das, weißt du, das macht ja noch irgendwo Sinn. Ja gut, da kann man sagen, das ist verstrahlt oder sind auch noch irgendwelche von einer Operation. Aber das ist ja genau der Punkt. Die sagen ja nicht, dass es verstrahlt ist oder dass irgendwas ist. Die sagen einfach, wir haben uns geeinigt und es wird nicht drüber geredet und peng. So einfach ist es. Und es gibt auf Google Maps gab es mal so, da kannst du diese Bewegungen sehen, wie sich da irgendwas verändert. Da gibt es auch so eine Chronik, so eine Zeitgeschichte, wo man gucken kann, wann, wie, was aussah. Was Google da immer so dokumentiert. Und da gab es mal ein Video, was ich gesehen habe. Da ging es darum, dass eben immer wieder, auch bis in die heutige Neuzeit, Kriegsschiffe dorthin gefahren sind. Russen, Amis, Engländer. Das ist halt die Frage, warum die das bis heute immer noch machen. Das letzte Mal war es, glaube ich, 2013 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also irgendwas wird da sein. Sonst würde man ja nicht so das große Augenmerk darauf werfen. Und das Spannende daran ist ja, dass genau da der Ort ist, der eben, wo die Nazis quasi, die Nationalsozialisten, wo die eben ihren Rettungsanker hinhaben wollten. Weil, ja, Hitler hat ja befohlen, sucht mir eine uneinnehmbare Burg, falls irgendwas schief geht, damit wir da hin können. Das ist ja genau der Punkt gewesen. Dieses Ding mit, ich bringe mich dann um, wenn alles untergeht, war überhaupt nicht geplant. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Theorien, dass das nur ein Doppelgänger war, dass er selber noch überlebt hat. Aber, wie gesagt. Der Plan war ja, falls irgendwas schief geht, hauen wir ab nach Neuschwabenland. Und da haben die ja, aufgrund von alten Karten, haben die ja dort eine andere, quasi eine eigene Welt gefunden. Also ein eigenes Land. Eisfrei. Eisfrei, genau. Spannend. Also, ich kann mir das durchaus vorstellen, weil man hat auch diese 300 U-Boote, man hat auch nie Reste davon gefunden, nix. Also, bei 300 U-Booten, ganz ehrlich, wenn da irgendwo was abgeschossen worden wäre, hätte man was gefunden. Irgendwischer Trümmer, irgendwas. Irgendwas, also, man muss nicht mal, die Zahl, 300 U-Boote, das ist nicht mal irgendwie so zwei Paddelboote, die da irgendwo hingefahren sind, so verzweifelte SS-Soldaten, die sich da hängen. Das sind 300 U-Boote gewesen. Und das ist schon eine Hausnummer. Und wäre da nichts gewesen, nur mal rein hypothetisch jetzt gesprochen, wäre da nichts gewesen, dann wären die doch irgendwann krepiert. Und dann wäre doch die ganze Scheiße irgendwann angespült worden ans Land. Ja, gut, wie gesagt, man kommt bei diesen Themen Höllchen auf Stöckchen, da könnte ich noch Wilhelm Landig kurz noch einwerfen. Genau, Götzen gegen Thule, ne? Ja, diese Trilogie, sehr inspirierend, fand ich. Oder wie heißt das Buch? Nicht Götzen gegen Thule? Ja, doch, das sind drei Bände. Götzen gegen Thule, Wolfzeit um Thule und noch ein dritter Band. Das sind so drei dicke, so dicke Wälzer. Habe ich nie gelesen, tatsächlich. Ich fand's super spannend, weil da geht dann auch Katara, hier Carcassonne. Also das fängt an wie so ein richtiger Weltkriegsroman, so ein Soldatenroman. Und ich muss sagen, so Militarismus hat mich wirklich nie interessiert, hat mich dann aber da durchgebissen. Und der Hauptprotagonist, der soll dann irgendwelche Bauteile nach Prag, meine ich, fliegen. Und dann stellt sich heraus, das sind Teile von einem UFO, also von einer Flugscheibe. Und ja, dann wird's halt eben richtig spannend, ne? So, dann einmal um die ganze Welt und dann ist er dann auch, ich meine das, ich hab schon so viel zu dem Thema gelesen, aber ich meine, dann ist er dann auch in irgendeiner Untergrundbasis, sieht dann auch so tibetanische Mönche, die dann sogar auch Afrikaner, also so Eingeborene, die dann quasi da mit den Reichsdeutschen da quasi, ja, Abkommen schließen, ne? Also super spannend, kann ich nur mal empfehlen, wer da Interesse dran hat. Und ich hab da auch eine Menge Inspiration geholt für damals mein Halgardum-Album Wilde Tatkraft Potenzial, gerade auch der Mythos der Schwarzen Sonne wird da nochmal schön aufgearbeitet, auch hier mit Nebukadnezar, halt die babylonische Geschichte, Marduk, also all das wird da nochmal verwoben und aufgearbeitet, das kann ich nur mal empfehlen, ne? Ja, so, wir haben noch einen Punkt auf der Liste. Ja, genau. Und zwar den Armanen-Orden. Richtig, den gibt's ja immer noch, meine ich, der ist ja 1976 gegründet und ich war auch mal auf einer Veranstaltung, hatten wir uns ja unterhalten, ne? Und wo wir, also ich weiß nicht, ob das die gleiche ist, wo wir quasi uns da mal verpasst haben. Ne, tatsächlich, ich glaube nicht, weil ich war damals in Thüringen auf einer Burg, da war ich mal und hab mir das angeschaut, so ein Treffen, ich weiß nicht, wo du warst. Das war auch eine Burg. Achso, das war auch, keine Ahnung. Mit so einem Wasserholen war das gewesen. Ja, und das ist ja auch spannend, ne? Also ich hab dort Leute kennengelernt, die würde man da gar nicht so unbedingt vermuten, ne? Wie zum Beispiel einen ganz freundlichen, netten Yoga-Lehrer. Der hatte auch gar keinen deutschen Hintergrund, sondern der war, glaube ich, Tscheche oder sowas. Aber das ist halt genauso der Punkt. Es wird halt immer gesagt, so, ja, das sind alles Rechtsextreme und die sind alle total menschenverachtend. Menschenverachtend, fremdenfeindlich und so weiter, muss ich leider, also, was heißt leider, also, war nicht mein Eindruck. Überhaupt nicht. Ja? Die hatten eher was Gemütliches, äh, Volkstümliches irgendwo, haben da, ähm, wir haben da so ein bisschen getanzt, da so einen Volkstanz getanzt und, äh. Die Kraft hier Suche hatten wir auch noch gemacht. Ach, siehste, genau, okay. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag über das Weibliche und die Mondenergien. Ja. Ja, ne, also, im Grunde genommen, alles gar keine schlimmen und bösen Themen, die dort, äh, ja, besprochen worden sind, sondern sehr esoterisch und, ja, harmlos. Einfach harmlos, muss man so sagen. Aber der, der Adolf Schleipfer hieß er ja, hier, äh, aus Köln. Aber der lebt, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Ja, der ist, äh, der ist, der ist, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Ja, ich hatte da auch mal irgendwas und, äh, ich hab mich mit dem unterhalten damals, es waren, äh, ja, also, meine, für meine Körpergröße ein relativ kleiner Mann mit grauen Haaren und, äh, seine Frau, die ist ja schon länger tot gewesen, die Sikron Hammerbacher, glaube ich, hieß die, ne? Das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ich war auch nur einmal in Leverkusen bei so einem Stammtisch. Mhm. Ja, ja, und auf jeden Fall, ähm, ja, waren da natürlich auch Bücher ausgelegt, die man dann da kaufen konnte, ne? Da war natürlich auch alles von Guido von List und, ja, also eine Menge esoterischer Kram und ich hab mich noch mit einer Frau unterhalten, äh, die fand die aus, es war eine ganz liebe Frau, die war auch schon über 70, ne? Mhm. Ja. Und, äh, die war so, die sah aus wie ein Hippie. Ja. Und dann dachte ich mir ja erst mal, krass, die hat sich hier verlaufen, ne? Die war Mitglied in der, ja, der Gemeinschaft und die sah halt aus wie ein Hippie, die hatte so, ja, so, so Armstulp mit Blümchen, hatte auch ganz lange Haare und, ja, also, man muss halt echt, also, man sollte sich wirklich von allem immer selber ein Bild machen und nicht immer das glauben, was irgendwelche, äh, Medien erzählen oder sonst irgendwas. Ja, diese Klischees halt, ne? Es ist halt ein Framing, die erzählen dir halt irgendwas und deswegen, ich find's immer besser, sich selber irgendwo einen Blick zu verschaffen, deswegen ist mir das auch scheißegal, äh, was für einen Ruf irgendeine Gruppe hat, ich guck mir die selber an und lass mir auch von niemandem verbieten, das anzugucken oder mich dann in irgendeine Richtung, äh, drücken, nur weil ich, nur weil ich auf eine Veranstaltung von Linken gehe, heißt es noch lange nicht, dass ich links bin. Ja. Ja. Ja, ne? Und genau das Gleiche gilt für rechts eben auch, nur weil ich da irgendwo hingehe, bin ich noch kein glühender Nationalsozialist, was soll denn die Scheiße? Ja. Ja, also, das ist halt so dieses Aufbauen von Feindbildern. Genau. Ich meinst, ich bin halt rechts, ne? Das weiß ja jeder, ne? Aber, äh, ich diskutiere... Aber das ist außerhalb. Rechts ist ja nicht, rechts heißt ja nicht gleichzeitig auch, dass du Fremde hast oder... Ne, gar nicht. Sieh mal im Projekt Multikulti trifft Nationalismus, ja? Ja. Also, äh, gut, ja. Ne, ich ordne mich nirgendwo da ein, weil ich, links, rechts ist ja politisch und, äh, ich bin einfach nicht der, der Politiker, so. Also, es ist halt einfach, ähm, nicht meine, ja, ist nicht mein Themengebiet. Und ich akzeptiere dich trotzdem. Unglaublich. Ja, ne? Wahnsinn. Einmalig. Äh, ja. Naja, also, der Arme-Mann-Orden, wie gesagt, gibt's noch. Ah. Vermutlich, ähm, ich hab da keine Menschen getroffen, die irgendwelche, äh, rassistischen Aussagen oder irgendwas gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Einen freundlichen Yoga-Lehrer, ne, 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 ne ältere Hippie-Dame und so weiter. Ja. Ähm. Ähm, ja, insofern. Ja, ich hab den noch mal rausgesucht, also quasi auf Ariosophie, äh, Anknüpfungen. Und neben Guido von Liszt eben Willigut, Julius Evola, also der italienische, äh, Kulturphilosoph, Mystiker, Okkultist. Johann von Lehrs kenn ich gar nicht. Ja, das sind so alles so die, äh, da, äh, mit eingeflossen sind. Ja, Verfassungsschutz hat sie natürlich als rechtsextremistisch eingestuft, ne, kann man ja selber dann, äh, entscheiden, wie er das, ob er das, ob er dem folgen kann. Mit der Artgemeinschaft haben sie wohl auch zusammengearbeitet. Mhm. Ja, punktuell wahrscheinlich, ne. Aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es den Arme-Mann-Orden überhaupt noch gibt, jetzt mit dem Tode von Schleipfer, ob da dann einer nachgerückt ist. Das ist halt die Frage, ne, und so großartig ansonsten, was man noch kennt, wenn man jetzt, so auf den Thule-Mythos übergehen will, nochmal, also als, als Nachfolger, also es gibt ja auch noch die, äh, das Thule-Seminar, ne, von Pierre Krebs. Genau, von Dr. Krebs, ja. Und da gab es ja mal so einen inneren Kreis, ich glaube, der hieß Hugin- und Munin-Kreis, die dann so ein bisschen esoterischer unterwegs waren. Kann sein, oder die haben ja noch dieses Treffen hier mit der Tafelrunde. Übrigens, äh, Dr. Pierre Krebs, äh, wurde neulich besucht, morgens früh, er und seine Lebensgefährtin, und da haben sie ihm sogar den Arm gebrochen, die Polizei bei der Hausversuchung. Also richtig asozial. Ja, das ist krass, ne. Also ich weiß über, über den auch gar nicht so viel, wie gesagt, ich hab mich in diesen politischen Kreisen, ich hab mich ja das nie so interessiert, ähm, aber, äh, ich wusste halt, dass es eben da auch so einen inneren Kreis gab, der eben so heidnisch orientiert war, und was es sonst so gibt heute noch, du hast ja noch gesagt, ja, die, äh, Art-Gemeinschaft, die, ja, so vielleicht noch irgendwo, wobei, die sind auch eher so Neuheiten, das schwöre ich dir ein, und so Asatru mäßig, ne. Ja, würde ich auch so einschätzen, und ich hab's leider noch nie, ich wurde öfter mal eingeladen, aber ich hab's nie geschafft, mal zu einer, zu einer, äh, Sonnenwende oder zu einem Sonnenfest dorthin, so immer immer ziemlich weit weg, aber, ähm, ja, ich kenne halt auch ein paar Leute davon, und wir sind auch so nette Menschen, ne. Und zum Dr. Peter Krebs wollte ich noch sagen, ich hatte mit ihm mal, äh, das Glück, mit ihm ein Interview zu führen, ein Video, und, äh, er hat sich da auch ganz klar gegen Chauvinismus und Rassenhass ausgesprochen, Ja. äh, sondern eben auch für ne, für ne, ähm, äh, äh, ja, für ne, für ne, äh, wie nennt sich das noch, ethno-pluralistische Weltsicht, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, Und das Video wurde dann auch auf YouTube damals gelöscht, wegen Hassreden. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Hass. Wir wollen, dass jedes Land oder jedes Volk sein Land hat. Wir wollen Frieden, wir wollen Völkerverständigung auch, Zusammenarbeit. Und das ist dann natürlich dann wieder Hass und wurde gelöscht. Tja, was aus der Thule wohl geworden ist, wir wissen es nicht, welche Kreise es sonst noch gibt. Genau, ja, ich habe zum Schluss, als vorletztes, genau, jetzt muss ich ja, weil dieses, unser Gespräch ja auch als Podcast hochgeladen wird, muss ich jetzt sagen, Werbung, 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 darauf hinweisen. Und zwar die Themen, die wir jetzt mal angerissen haben. Es gibt ein Buch, das nennt sich Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus von Nicholas Woodrick Clark. Kann ich euch sehr empfehlen. Das ist auch sehr objektiv geschrieben. Also weder in die eine und in die andere Richtung sowieso nicht, sonst wäre es dann nicht erschienen worden, veröffentlicht worden. Bekommt ihr bei mir im Sonnenkreuz Versand. Guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da setze ich den Verweis rein und das könnt ihr dann dort beziehen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ja, Alexander, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen. Wir hätten eigentlich jetzt noch einen zweiten oder einen Abschlussteil, wo wir darüber gesprochen hätten, was man dann für Lehren daraus ziehen kann. Also dieses okkulte Logentum, bringt das einem was? Ist das vielleicht Inspiration für irgendetwas? Aber da haben wir gesagt, wir machen das jetzt nicht noch hintendran. Wir haben jetzt schon eine Stunde 50, sehe ich gerade. Sondern was haben wir vor? Wir wollen einen Livestream machen. Richtig. Und das wäre schön, wenn ihr alle dabei seid und vielleicht mit euren Ideen und Anregungen uns zur Seite steht und euch beteiligt an der Diskussion. Genau, ihr könnt ja schon mal Ideen hier unter das Video posten. Wir hatten ausgemacht, der Alexander und ich, der Livestream, der wird dann hier auf meinem Kanal stattfinden. Nachher wird es natürlich auch beim Alexander dann hochgeladen. Aber ja, Termin werdet ihr dann feststellen. Also wir werden das dann noch bewerben. Erstmal wird dieses Video hier erscheinen und dann könnt ihr euch eure Gedanken machen. Wir gucken mal, was ihr denn so für Ideen habt oder für Anmerkungen. Vielleicht habt ihr auch was. Mensch, das hättet ihr unbedingt mal reinbringen müssen, was wir jetzt bei dieser Übersicht nicht berücksichtigt haben. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Genau. Gut, Alexander, ich bedanke mich für deine Zeit. War ein super spannendes Gespräch. Ja, ebenso. Dankeschön. Und dann verabschieden wir uns und wir sehen uns bald wieder.